Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast Ausgabe Nummer 455. Mein Name ist René, außerdem Mitarbeiter Herr Marvin. Hallo, hallo. Und die Frau Patricia. Hallo. Der Rest geht regulärer Erwerbstätigkeit nach, reist durch die Gegend oder bereitet sich auf Auswärtsfahrten vor. Lustbarkeiten, ja genau, Auswärtslustbarkeiten. Auswärtslustbarkeiten. Dazu vielleicht später mehr, aber wir steigen ganz klassisch ein mit ein bisschen Housekeeping. Und an dieser Stelle möchte ich mich stellvertretend für all die Menschen da draußen, die uns hier Woche für Woche unterstützen, bedanken. Bei dem Sebastian und dem Rolf. Die kamen in der letzten Woche mit so kleinen Sonderspenden um die Ecke und tragen damit dazu bei, zum einen, dass wir hier Woche für Woche aufnehmen können. Wir haben uns den ganzen Spaß hier leisten können und uns sogar erneut auch in diesem zweiten Halbjahr 2021 einen kleinen Betrag als Entschädigung oder als Zeitsaufwandsgeld, wie auch immer man es nennen will, auszahlen können. Also vielen, vielen Dank dafür, dass ihr da draußen das alles möglich macht. Und ich habe auch eine kleine Geschichte diese Woche bekommen von der Matthias und die fängt ein bisschen komisch an. Der Matthias schreibt uns nämlich, dass er nach sieben Jahren, die er uns unterstützt hat, sein Patreon-Abo kündigt, was ich nicht erschreckend an dieser Mail fand. Das kann man natürlich gerne tun. Also das ist ja jedem freigestellt. Seine Begründung danach, die möchte ich gerne mit euch einmal teilen. Er schreibt nämlich, dass das ein Teil seines Abnabelungsversuchs vom Profifußball ist und er deswegen alles, was mit diesem Thema Fußball zu tun hat, sei es Sky-Abo, Datsen-Abo und auch unsere Unterstützung aufkündigt. Nicht, weil wir ihm nicht gefallen, sondern weil ihm der Fußball an sich nicht mehr gefällt. Und das ist, glaube ich, ja etwas, was wir auch das ein oder andere Mal hier schon besprochen haben, dass diese Art und Weise, wie in den letzten zwei Jahren sich der Fußball entwickelt hat, durchaus auch dazu beitragen kann. Ich möchte an dieser Stelle Danke sagen, Matthias, dass du uns so lange unterstützt hast und gehört hast und vielleicht hörst du das ein oder andere nochmal rein. Und ich kann dich durchaus verstehen, dass dieser Fußball nicht mehr der ist, mit dem er mal irgendwie angefangen hat. Mir ging es am Wochenende bei dem Spiel so ein bisschen ähnlich. Ich habe das Spiel gegen Leipzig nicht live gucken können, weil wir seit Ewigkeiten mal wieder Familie zu Besuch hatten und habe das nur über Push-Nachrichten und Ticker verfolgt. Und trotz dessen, dass man sich in normalen Konstellationen über so ein 1-1 in der 94. Minute extrem gefreut hat, habe ich, ähnlich wie Basti es bei Fußball 2000 beschrieben hat, festgestellt, dass das mit mir nicht viel gemacht hat. Und nicht eher Achselzucken zur Kenntnis genommen hat. Aber vielleicht lag es auch daran, dass ich das Spiel nicht gesehen habe. Wie war es denn mit euch? Was hat dieser späte Ausgleich denn mit euch gemacht, Patricia? Also ich habe während des Spiels auf Twitter bei irgendwem geantwortet, ich bin innerlich tot, habe dann feststellen müssen, ich bin doch nicht innerlich tot. Also dieser Ausgleich hat kurzzeitig zumindest irgendwie dazu geführt, dass ich mich wirklich gefreut habe. Damit habe ich nicht gerechnet, weil ich ja wie gesagt dachte, ich bin innerlich tot. Aber das ist dann, glaube ich, auch recht schnell verflogen, wenn man das Spiel so ein bisschen Revue passieren lassen hat danach. Also klar freue ich mich drüber, dass wir überhaupt einen Punkt mitgenommen haben. Aber ja, das war es dann eigentlich auch schon wieder. Und klar, das war halt einfach diese Emotion, dieses späte Ausgleichstor, wo du irgendwie schon das Spiel komplett abgeschrieben hattest. Also ich hatte wirklich gar keine Hoffnung mehr, dass da irgendwas noch passiert. Und dann kommt das so fast aus dem Nichts und dann macht es auch noch Tutor, was ja irgendwie auch ganz cool ist. Ja, also ich habe mich in dem Moment schon gefreut. Habe damit nicht gerechnet, ehrlich gesagt, weil ich halt wirklich so ein bisschen, ja, ein bisschen angepisst war, muss man sagen. Aber ja, letztendlich hat die Freude nicht besonders lang gehalten, leider. Kann ich nachvollziehen. Ja, bei mir war es im Endeffekt so, dass ich, ich habe Sky Go verfolgt und das ist wirklich fürchterlich. Denn Sky Go hat irgendwie mittlerweile eine Verzögerung von gefühlt drei oder vier Minuten. Also im Endeffekt waren es vielleicht 90 Sekunden. Und dadurch, dass ich die App installiert hatte, hat die App mich gespoilert und hat das Tor schon vorher bekannt gegeben. Und ich hatte eigentlich schon gedacht, okay, der Käse ist jetzt gegessen. Natürlich war die Freude in dem Moment da, weil sich das ehrlich gesagt aus dem Spiel heraus überhaupt nicht angekündigt hat. Und wir werden ja gleich darüber reden. Aber klar, in dem Moment habe ich mich doch gefreut, dass man da noch einen Punkt holt. Aber ich glaube, wir müssen genau jetzt einmal dazu kommen, was jetzt gut war, was nicht so gut war. Denn am Ende muss man auch festhalten, ja, der Punkt, der war irgendwie glücklich. Der war aber ein bisschen auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, eine Retourkutsche dafür, dass Leipzig selber ein unfassbar schlechtes Spiel, also für Leipziger Verhältnis, ein extrem schlechtes Spiel gemacht hat. Insofern, okay, verdient, glaube ich, ja, weil es war ein Bundesligaspiel schlechtester Güte. Also es war ein richtig gruseliger Kick. Ich saß eh noch in meinem halbverdösten Zustand da zu Hause auf der Couch und habe mir diese Kicker angeguckt. Mit unglaublich vielen Fehlpässen, mit unglaublich vielen Aktionen, die nicht funktioniert haben. Auch gerade von Leipziger Seite, Forsberg beispielsweise, der kurz vor Schluss eigentlich die Möglichkeit hat, das 3-0 zu machen und versemmelt das. Also allein dafür war das 1-1 gut und wir werden ja vielleicht nochmal darüber reden, ob das irgendwas initiieren kann. Aber vom Spielerischen her, wie Patricio das sagt, auf der einen Seite, klar, es hat einen dann nochmal ein bisschen erhoben, aber es war halt nichts, wo du sagen kannst, okay, geil, mit dem Punkt gehen wir jetzt total woanders hin. Weil dafür war das Spiel echt schwierig. Du hattest es gerade eben gesagt, also du hattest ja gesagt, dass es am Ende verdient war. Ich bin da eigentlich gar nicht dieser Meinung, weil, wie du auch gesagt hast, Leipzig war vielleicht seit langem sowas von schlagbar in dieser Situation. Wenn du einfach mal dich sortiert auf den Platz bewegt hättest und mal deine Stärken ein bisschen auf den Platz gebracht oder ausgespielt hättest, die waren halt echt nicht gut. Ja, die hatten Chancen, weil dann individuelle Klasse einzelner Spiele wie einem Forsberg, wie einem Kuckuck da durchkam, aber die waren ansonsten jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei. Und wir waren halt einfach nur mal wieder schlechter, als es einfach fast gar nicht gient. Ja, aber da sagst du es ja, wenn man mal seine Stärken auf den Platz gebracht hätte, aber was sind denn aktuell die Stärken der Eintracht? Das ist ja leider das Problem. Also das klingt jetzt zynisch, aber aktuell weiß ich nicht so wirklich, was die Stärke dieser Mannschaft ist, leider. Also ich weiß das aus vergangenen Tagen und ich weiß, welches Potenzial in der Mannschaft steckt, das schon. Aber ich habe diese Saison leider noch nicht wirklich, außer vielleicht gegen Pireus, da hat man es so ein bisschen gesehen, habe ich noch nicht wirklich viel gesehen, wo ich sage, okay, das zeichnet die Eintracht aus und das hätte sie auf den Platz bringen müssen, um hier siegreich vom Feld zu gehen. Und ja, aber wie ihr schon sagt, das war nicht so gut und Leipzig ist, glaube ich, so schlagbar wie nie. Da ist es schon fast ärgerlich, aber andererseits denke ich mir, ich beobachte die Saison der Eintracht, die Situation der Eintracht und sage mir, okay, das ist aktuell auch nicht gut und vielleicht kann man dann froh sein, dass man sich irgendwie die Punkte geteilt hat mit einer Mannschaft, die eigentlich auch gut sein sollte, es aber aktuell nicht ist und ich glaube, das gleicht sich so ein bisschen aus. Von daher nehme ich das ganz gerne, auch wenn, ja, die drei Punkte eigentlich hätten sein müssen, aufgrund der Situation, in die man sich selbst gebracht hat. Ja, und in die Situation hast du dich extrem selbst gebracht, aber wenn wir genau mal zu diesem Spielanfang kommen, da muss ich ehrlich sagen, ich meine, es wurde ja schon früh, also die Kritik, die aktuell auch bei Glasner, da müssen wir auch mal drüber sprechen, auch laut wird, die letzten Wochen, die doch einigermaßen roh waren, was ich auch nachvollziehen kann, wir haben ja letzte Woche auch schon mal kurz drüber gesprochen, allein die Tatsache, dass gegen Bochum nicht gewonnen wurde, ist einfach, beziehungsweise einfach verloren wurde, auch irgendwie, ist halt, das geht halt nicht, du hast sehr, sehr viele Punkte verloren. So, jetzt muss man aber trotzdem immer wieder zurückkommen und jetzt sehe ich die ersten Minuten und ich muss sagen, dass wir befinden uns hier gerade auf einem sehr niedrigen Niveau, so, das musst du erst mal festhalten, aber für das niedrige Niveau war die Eintracht die ersten 20, 30 Minuten, fand ich nicht so schlecht. Die Eintracht hat das, zumindest, sag ich mal, ja, wahrscheinlich gab es dann diesen Wendepunkt, wo sie dann verunsichert waren beim Gegenteuer in der 35. Minute, aber eigentlich bis dahin, fand ich, war die Eintracht zwar dann natürlich, also Offensivbewegung ist nicht herausragend gewesen, aber die haben schon versucht, einigermaßen konstant zu stehen, die haben schon versucht, ihre Lücken zu finden, es gab so ein paar vorsichtige Nach-Vorne-Bewegungen, also für mich war da nicht alles schlecht. Nee, war es auch gar nicht, also ich fand auch, dass dieser taktische Kniff den Klaasner da ausgepackt hat, zu sagen, wir positionieren einen Kostic noch offensiver und wir gehen sehr intensiv in das frühe Pressing rein und laufen die früh an, das hat halt funktioniert, das hat halt bis zu dem Zeitpunkt, hat die Mannschaft das gemacht, bis sie festgestellt haben, dass dann diese Chip-Bälle so in den hinteren Raum kamen und dann, fand ich, haben sie sich wieder ein bisschen zu sehr auf das Defensive konzentriert und haben damit das Spiel mehr und mehr sich entgleiten lassen. Und dann kam es ja zu diesem Gegentreffer, wo wir dann auch vielleicht gleich nochmal drüber reden können, aber ich stimme dir dazu, die ersten 20 Minuten hat man es versucht, man ist halt aus welchem Grund auch immer nicht dabei geblieben. Ja, genau, das ist es halt. Ich meine, du warst nicht krass irgendwie zwingend, das muss man auch mal klar sagen, aber du hast versucht, gerade auch Kostic, den ich nachher vielleicht auch nochmal kritischer erwähnen werde, der war aber am Anfang doch ein bisschen bissiger und hat schon auch die eine oder andere Tormöglichkeit gesucht, ich kann mich an eine Situation erinnern, wo er dann frei zum Schuss kam und dann die Möglichkeit bestand, als er, ich glaube, wie heißt der Teuter Gulaschi, glaube ich, der dann gehalten hat, der aktuell im Tor ist bei Leipzig und das hat er auch gut gemacht. Aber es war nichts wegen des, aber zumindest war so ein bisschen der Angriff da. Ja. Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass du es sagst, weil ich hatte mich schon wieder in meine Negativspirale begeben, nachdem ich das Spiel reflektiert habe. Also es ist ganz gut, dass du die Anfangsphase nochmal erwähnt hast, weil ich glaube, ich wäre sogar nicht mal drauf zurückgekommen, weil mich die Gesamtsituation so frustriert. Aber es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass du es angesprochen hast. Und ja, dann kommen wir wahrscheinlich jetzt zu dem Gegentor, was dann ja die Eintracht auch sichtlich verunsichert hat. Und das ist, glaube ich, das Problem, dass man halt wirklich durch Kleinigkeiten, okay, ein Gegentor ist jetzt keine Kleinigkeit, aber auch durch andere Kleinigkeiten auf dem Feld viel zu schnell verunsichert ist und dann irgendwie das Spiel sich entgleiten lässt, wie René es ja schon angekündigt hat. Die Eintracht hat das Spiel dann ja wieder aus der Hand gegeben, wenn sie es überhaupt jemals fest in der Hand hatte. Aber ihr wisst, was ich meine wahrscheinlich. Ja, und ich glaube, das Gegentor war dann so der ausschlaggebende Punkt, wo man sagt, okay, jetzt ist es irgendwie wieder komplett verloren, was man sich so die ersten Minuten einigermaßen aufgebaut hat, wo man sagt, man ist ja zumindest einigermaßen sicher unterwegs. Das ist genau der Punkt. Nachvollziehbar an der Stelle. Also du fängst am Anfang irgendwie gut an, du wirst dann ein bisschen verunsichert, hältst aber noch irgendwie das Unentschieden. Man hat ja dann gesehen, Leipzig hat ja dann auch individuell rausgespielte Chancen. Man hat einen Trapp, der wieder super performt hat, da hinten drin. Man ist vielleicht gerade wieder an diesem Punkt irgendwie so ein bisschen mehr Sicherheit zu gewinnen und überlegt so, okay, können jetzt vielleicht doch nochmal irgendwas gehen. Dann kriegst du diese Ecke, wo ja eigentlich, also man hat es in der Wiederholung sehr deutlich gesehen, dass es eigentlich hätte keine Ecke geben müssen. Ja. Gut, der Videoschiedsrichter darf in diesem Falle nicht eingreifen, weil er eben nicht alle Fälle überprüft. Das haben wir ja dann jetzt auch nochmal gelernt. Und da verteidigst du aber auch diese Ecke schlecht. Also es ist ja nicht so, dass das eine unfassbar, noch nie gesehene Eckballsituation war, sondern du verteidigst sie halt auch einfach schlecht. Ja, du lässt halt den Gegenspieler am ersten Pfosten blöd an den Ball kommen, der das Ding verlängert und bist halt am zweiten Pfosten ein Schritt zu schnell. Dass halt Paulsen das Ding dann auch noch irgendwie so mit Gesäß, Knie, was auch immer erwischt und den dann über die Linie drückt, da gehört dann auch noch ein bisschen Glück dazu. Aber das ist natürlich so ein doppelter Tiefschlag. Erst diese Ecke, die es nicht geben sollte und dann auch noch aus deinem eigenen schlechten Verteidigen dann den Gegentreffer gemacht. Da liegst du halt schon erstmal am Boden, glaube ich. Ja, also ganz ehrlich, ich muss auch sagen, ja, du hast ja vollkommen gesagt, der Schiedsrichter, der VH, darf da nicht eingreifen. Ich muss schon trotzdem sagen, das ist halt ein Haufen Scheiße. Also diese Regelung, dass er dann nicht eingreifen traf, obwohl das ja dann auch zwingend zu dem Tor dann geführt hat, das wäre ja keine Situation gewesen, die auch so hätte entstehen können, weil das war ja ursächlich. Der Elfmeter, äh, der Eckball war ja ursächlich für das dann folgende Tor. Ich weiß, okay, man macht halt dann irgendwelche Situationen, in denen man sagt, okay, so weit geht es halt nicht von mir aus. Aber es war halt extrem bitter. Und aber wie du auch richtig gesagt hast, das war trotzdem auch scheiße verteidigt, wo ich mir auch denke, warum kann man zumindest eine Ecke nicht ein bisschen besser verteidigen? Weil, ähm, wie du gesagt hast, wäre das jetzt ein Traumtor gewesen, an dem man hätte nichts machen können, so what. Aber ehrlich gesagt, da war die Eintracht der Defensive erneut, ich fand sie auch gegen Leipzig nicht wirklich gut, aber da war sie erneut sehr, sehr schläfrig. Ja, leider Gottes. Und ehrlich gesagt sehen wir das ja auch. Ich kann jetzt leider nicht differenzieren von den unterschiedlichen Mannschaftsteilen, aber wir sehen ja, und das fällt halt leider in die Gesamtbewertung auch dazu, dass wir eine Eintracht hatten, die in der gesamten, auch Defensivbewegung, selbst aber auch offensiv, in Sachen Zweikämpfen komplett scheiße war. Und das kann man auch übrigens gar nicht anders betiteln. Das war scheiße, wenn du 44 Prozent einer Zweikämpfe gewinnst. Und das ist übrigens kein Einzelwert. Wir haben in der letzten Woche schon über die mangelnde Zweikampfstärke der Eintracht aktuell gesprochen. Dann ist das natürlich schon etwas, über das man sprechen muss. Und wie das dann im Endeffekt jetzt weitergegangen ist, dass wir dann überhaupt noch einen Punkt geholt haben, können wir gleich noch drüber sprechen. Aber am Ende ist das etwas, was mir halt fast mehr zu denken gibt als das Gegentor. Ja, und das ist ja auch etwas, was Klaasner ja auch in den Pressekonferenzen schon des Öfteren, zumindest in den letzten zwei, drei Wochen, immer wieder angesprochen hat, dass einfach die Zweikampfquote oder die Anzahl der Ballverluste viel zu hoch ist. Und die 44 Prozent haben wir jetzt ja auch nur erreicht in Summe, weil wir uns in der zweiten Halbzeit um einiges gesteigert haben. Wenn du dir den Wert nur von der ersten Hälfte anguckst, ich meine, der wäre bei irgendwas von um die 35 gewesen. Was der schlechteste Wert in der Liga seit der Saison, glaube ich, sogar ist. Also, da liegt es halt echt irgendwie, ja, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Es liegt, es ist kein Problem, es liegt einfach an vielen Dingen. Aber wir haben diese Szene jetzt beleuchtet. Wir haben ja gerade gesagt, 35. Minute Gegentor, Fehler der Eintracht und auch Fehler des Schiedsrichters beziehungsweise des Schiedsrichters Gespanns. Wir können über den VAR hier sprechen. Das führen wir nicht aus, weil es leider nicht dazu bringt, dass man irgendwas verändern kann. Aber man muss auch sagen, wenn ich den Schiedsrichter schon erwähne, klar, die Eintracht hat danach wirklich das Heft des Handelns aus den eigenen Händen gegeben. Die war wirklich viel, viel schwächer, viel, viel fahriger danach. Also sie hat jegliche kleine Sicherheit, wie Patrizia das auch schon gesagt hat, verloren. Und Patrizia muss aber auch darüber sprechen, glaube ich, dass der Schiedsrichter auch nicht wirklich dazu beigetragen hat, dass hier irgendwas ein bisschen ruhig wird. Ne, das war eine komplett schlechte Leistung. Ich glaube, es ist aktuell auch so, dass ich mich so wenig über Schiedsrichter aufrege, einfach weil ich damit beschäftigt bin, mich über die Eintracht aufzuregen oder über irgendwelche, ja, nicht vorhandenen Offensivaktionen und so weiter und so fort. Ich bin, glaube ich, damit so beschäftigt, dass ich eigentlich kaum dazu komme, mal über Schiedsrichter zu reden. Auch wahrscheinlich, weil man sich immer denkt, okay, der Schiri ist halt nicht ursächlich für das Scheitern der Eintracht. Und man hatte halt in den letzten Saisons immer mal das Gefühl, es war eben so, dass der Schiri da viel versaut hat in den Spielen. Aber aktuell denke ich mir, okay, selbst wenn der Schiri eine gute Leistung bringt, die Eintracht verkackt es halt trotzdem. Wobei man jetzt gegen Leipzig sagen muss, okay, das war jetzt das einzige Tor der Leipziger, was halt durch so eine Fehlentscheidung entstanden ist. Wie hätte das ausgehen können? Vielleicht auch, auch wenn die Eintracht eben dann nicht diesen Knick gehabt hätte. Vielleicht hätten sie sich irgendwie, ich will es jetzt nicht überdramatisieren, aber vielleicht hätte man sich ja so ein bisschen reingespielt in die Partie und hätte da irgendwie ein bisschen Sicherheit aufbauen können. Und das hätte einen anderen Ausgang genommen. Vielleicht auch nicht, aber man wird es nie erfahren. Trotzdem ist das halt ärgerlich. Und da hast du recht, das ist halt schon eine der schlechteren Schiri-Leistungen, die ich jetzt bisher gesehen habe, diese Saison. Und das war halt schon auch, also das hat mich auch, so wenig es mich bisher die Saison aufgeregt hat, so sehr hat es mich eigentlich in dem Spiel schon aufgeregt. Weil das war, also klar, jeder hat mal einen schlechten Tag, aber der Schiri hatte auch, also wenn die Eintracht einen schlechten Tag hatte, hatte der Schiri auch einen schlechten Tag. Ja, also es ist völlig unsouveräne Spielleitung, muss man tatsächlich so sagen. Also ich fand, auch wie er dann irgendwie einem medizinischen Betreuer von uns eine Karte gegeben hat und auch da waren so viele Situationen dabei, wo ich gedacht habe, Alter, du hast dieses Spiel überhaupt nicht im Griff und zückst Karten, wie als wären das Smarties. Mach dein Ding, aber wundere dich nicht darüber, wenn du dann halt dementsprechend schief angeguckt wirst. Du hast ja vollkommen richtig gesagt, ursächlich für das scheitende Eintracht. Gut, wir haben einen Punkt geholt, aber für diese trotzdem schwierige Situation und diese scheiß, äh, ehrlich gesagt, nicht scheiß, aber schwierige Lage und auch schwierige Leistung und der Eintracht waren sie nicht. Aber dann gucken wir doch mal so ein bisschen in die zweite Halbzeit und wir haben ja gerade gesagt, naja, wie war das denn danach? Ich fand schon, dass wir so ein paar kleine Szenen hatten, wo wir dann doch wieder da waren. Ich fand, dass der Wechsel von Barcock, also die Eintracht-Reinnahme auf der rechten Seite ein bisschen was gebracht hat, der, wir reden ja immer viel über Barcock, der sehr wechselhafter Spieler ist, der mal ein paar positive Momente hat, ein paar negative. Ähm, ich fand, das war gut, das hat, das war auf jeden Fall smart, denn er hat zumindest das Kämpferische reingebracht, muss aber halt auch sagen, dass, äh, dass zwar wirklich eine andere Aggressivität da war, das, was, glaube ich, dem Spiel der Eintracht auf jeden Fall gleich, äh, gut getan hat, ähm, und da war er im Vergleich zu Touré auch der bessere Spieler, hat gerade für diese Situation auf jeden Fall gut funktioniert, aber auch da muss man leider sagen, so, so richtig, irgendwie, gallig, zwingend, Torchancen erarbeitend, fand ich, war es halt trotzdem nicht und ich weiß, es ist so schwierig, weil die Eintracht, glaube ich, gerade nicht hundertprozentig weiß, wie sie überhaupt Torchancen kreieren soll, also sie haben es ja, du hast ja vorhin mal angesprochen, gegen Piraeus hat das gut funktioniert, aber grundsätzlich ist es halt so, wir haben jahrelang ein Spiel über die Außen bemüht, was super funktioniert hat, mit Kostic, der aber auch immer sehr, sehr viele Flanken geschlagen hat und wir hatten immer Leute da, die von diesen ganz vielen Flanken auch ein paar gut verwandelt haben und, äh, und, äh, dementsprechend genutzt haben. So, jetzt haben wir halt die genau vorne diese Spieler nicht, wir wollen irgendwie ein anderes System spielen, wir haben auch Schnicker jetzt in der Mannschaft und irgendwie, es geht nicht einher, also auch, wir sehen einen dauerhaft abwinkenden Kostic, wir sehen andere, einen Kamada beispielsweise, der überhaupt nicht mehr an sein Leistungsniveau kommt, wie viele Leistungsträger, auch Größe hier an Hinteregger, wo ich sagen muss, okay, es ist einfach gerade eine schwierige Situation und dieses Aufbauspiel in der Offensive, da passieren so viele Fehler, dann reicht es halt auch nicht, dass ein Barkok eingewechselt wird, der aber halt auch fruchtbar losbleibt. Das habe ich lang geredet. Ja, ist ja nicht schlimm. Ich war jetzt auch gerade am, am überlegen, ich finde, wir sind halt nicht konsequent da genug dabei. Du hast ja gerade eben gesagt, wir wollen so ein Stück weit weg von diesem, von diesem Flankensystem und das war ja auch wieder und jetzt wiederhole ich etwas, was Klaasner ja in den Pressekonferenzen, ich glaube sogar in der, war es jetzt in der Nacht Leipzig oder war es in der Nacht Bochum? Ich glaube, es war sogar schon in der Nacht Bochum. Gesagt hat, dass die Eintracht ja in den letzten Jahren immer eine Mannschaft war, die zu 98 Prozent eben über die Flanken gekommen sind, weil du einen Kostic hattest, aber weil du eben ja auch Leute da vorne hattest, die diese Flanken dann verwerten konnten, dass man davon dann weg will und dann sagt er aber im nächsten Satz, ja und wenn uns nichts einfällt, dann geben wir dem Philipp den Ball und dann marschiert er nach vorne, aber was soll der denn anderes machen? Also dessen Spielsystem ist nun mal dann die Flanke, weil er das seit drei Jahren macht, das kriegst du jetzt aus dem auch nicht so mal eben von jetzt auf gleich raus. Also da sind wir dann halt auch nicht konsequent genug, wenn wir sagen, wir wollen dieses Flankensystem nicht mehr und dann ist das einzige Mittel, was uns einfällt, Kostic den Ball zu geben. Also das ist dann halt auch irgendwie zu wenig. Ja, es ist ein bisschen zu wenig, aber es ist halt auch so, dass du glaube ich wie alle, ich glaube wir fallen alle in alte Muster leicht zurück. Also wenn wir merken, dass das, was wir uns neu vorgenommen haben, nicht funktioniert. Das merken wir bei Diäten relativ schnell. Das merken wir, wenn wir irgendwie sagen, wir fangen jetzt an mit der anderen Hand zu schreiben und du merkst dann, scheiße, es funktioniert nicht, also probiere ich es doch wieder mit der anderen oder sowas. Und ich glaube, so geht es der Heintrad auch, oder Patricia? Also das durchzuziehen ist in Zeiten, in denen du auch tabellarisch in Bedrängnis kommst, natürlich nochmal eine ganz andere Situation. Ja, ich glaube auch, das ist auch so ein Grund, weshalb Kostic da halt komplett frustriert ist, was ich verstehen kann. Also wenn du irgendwie so der Hoffnungsträger bist und du bist halt immer so der Notnagel und die sagen, ja, mach doch mal was und das klappt aber nicht, weil du halt eben die Abnehmer nicht hast und du wirst sowieso von drei Spielern gleichzeitig gedeckt, weil jeder mittlerweile weiß, was bei der Eintracht Sache ist, ist das schwierig. Da kann ich das ein Stück weit verstehen, dass er da, ja, ein bisschen angefressen ist. Ja, was soll ich sagen? Ich finde das an sich ja gut, den Plan, dass man davon weggeht, auch in Anbetracht dessen, dass man nicht weiß, wie lange bleibt Kostic noch? Der wollte im Sommer schon weg. Wer weiß, was passiert. Wenn der weg ist, was macht man dann? Dann hat man nicht mal mehr dieses Mittel. Plus, man hat es ja auch schon in der vergangenen Saison am Ende gesehen, das war noch unter Hütter, das hat auch irgendwann nicht mehr funktioniert, weil nach zwei, drei Jahren, in denen du immer nur das machst, natürlich stellt sich da irgendwann jeder Gegner drauf ein und wenn die merken, diese Mannschaft hat irgendwie keine anderen Stärken, naja, dann hast du halt irgendwann schnell ein Problem und ich glaube, das ist ja was, was behoben werden sollte durch das neue System, dadurch, dass du variabler sein wolltest, dass du mehr Fußball spielen wolltest und weniger einfach nur schnell den Ball erobern nach vorne und flanke. Ja, aber ich glaube, das dauert einfach zu lange. Ich weiß auch nicht, ob du das Spielermaterial zu 100 Prozent dafür hast und ich glaube auch, Fußball spielen, so richtig spielen, erfordert halt ein gewisses Selbstvertrauen, was die Mannschaft halt aktuell auch nicht hat und daran scheitert das dann einfach und das ist schade, weil ich eigentlich den Plan ja unterstützen würde. Ja, ich auch, ich bin auf jeden Fall dafür, ja. Frage an dieser Stelle, wird es jetzt unser Verhängnis, dass Kostic im Sommer geblieben ist? Ja, das ist eine sehr gute Frage, das ist wirklich eine Frage, bei der ich auch schon darüber nachgedacht habe, was wäre denn, wenn wir jetzt sagen, dass wir Kostic mal rauslassen, also, weil wir schon merken, dass dieses Abwinken, das ist halt die Frage, also, kommen die Spieler damit klar, weil sie ihn kennen und machen und frustriert das sie nicht. Ich finde auch nicht mal das Abwinken so richtig problematisch, ich finde es eher problematisch, dass du offensichtlich in der, gerade gegen Leipzig, Szenen gesehen hast, wo er hätte passen können, natürlich wusste er, dass die Kollegen das dann wahrscheinlich auch nicht verwandeln, aber er hätte passen können, er hätte weiterspielen können und hat es nicht gemacht und hat den Ball selber vertändelt. Das ist schwierig und das ist kontraproduktiv und das muss natürlich in der Mannschaft, wo ich nicht weiß, ob die irgendwie ein Problem haben, etwas, was dagegen spricht, ist tatsächlich, wir haben ja schon angesprochen, der Treffer zum 1 zu 1 von Tutor, weil da rennt jeder hin und da ist auch jeder irgendwie hat so eine Feuhe. Deswegen glaube ich, dass diese Mannschaft innerlich eigentlich in Ordnung ist und ich glaube, da gibt es keine krassen Grabenkämpfe oder so. Deswegen glaube ich, ist das gar nicht so schlimm und wenn das nicht so schlimm ist, dann würde ich ihn trotzdem drin lassen. Aber wenn ich merke, dass es toxisch wäre für diese Mannschaft, dann würde ich als Glasner schon sagen, ich nehme den Spieler mal raus, weil er der Mannschaft natürlich Qualität dann wegnimmt, wenn ich ihn rausnehme, aber vielleicht neue Räume gibt. Das muss er beantworten. Ich kann kein klares Ja dazu geben. Ich weiß auch nicht, ob die Sache überhaupt schon total durch ist. Wer weiß, was im Winter auch mit Newcastle passiert. Kann ja wieder passieren. Wir wissen es nicht. Aber es ist eine tricky Frage. Patrizia, vielleicht bist du schlauer. Nee, bin ich nicht. Aber ich glaube, das ist jetzt so ein Ding, du hast es ja gesagt, die Mannschaft hat eigentlich auch zusammen gefeiert nach dem Anschluss Ausgleichstreffer. Ich glaube auch nicht, dass da jetzt irgendwie große Streitigkeiten sind innerhalb der Mannschaft. Ich glaube einfach, das ist der gesamten Situation geschuldet. Ich glaube, jeder, der mal Mannschaftssport gespielt hat, weiß, dass wenn es irgendwie nicht gut läuft, dass man da so eine Grundstimmung hat in der Mannschaft, die einfach nicht gut ist und jeder ist irgendwie leichter gereizt. Es gibt verschiedene Charaktere. Der eine reagiert so darauf, der andere so. Vielleicht geht man sich dann auch in der Situation mal an, in der man sich vielleicht sonst nicht angehen würde. Und was alles gar nicht schlimm ist, was halt so kleine Sachen sind, die einfach, wenn die Nerven so ein bisschen angespannt sind, passieren, könnte ich mir vorstellen, dass das bei der Eintracht dann auch so ist. Vor allem auf dem Platz, wenn du merkst, es läuft schon wieder irgendwie nichts zusammen. Und ja, ich glaube nicht, dass da insgesamt was nicht stimmt. Ich glaube, das ist einfach dieses, ja, der Situation geschuldet. Und ich glaube, Basti hat es bei Fußball 2000 gesagt, ich kann mir sogar vorstellen, dass Kostic einfach so ein Typ ist. Und man kennt das ja von ihm schon so ein bisschen. Und ich glaube, er ist einfach, er drückt das halt so aus. Und das war auch schon in besseren Zeiten so, dass wenn mal ein Spiel nicht so gut lief, aber die Gesamtsituation besser war, dass er da trotzdem abgewunken hat, dass er auch mal irgendwie lustlos wirkte, dass er mal irgendwie wirkte, als ja, wird er gleich ausrasten. Er ist einfach dieser Charakter und ich glaube, das weiß man dann intern auch in der Mannschaft. Und das sollte man vielleicht nicht zu hochhängen. Und ich glaube auch nicht, dass das, klar, wenn du sagst, wenn der Trainer jetzt merken würde, das ist toxisch, da ist irgendwie wirklich was im Argen, dann natürlich raus. Aber ich glaube nicht, dass das das Mittel der Wahl ist und ich glaube auch nicht, dass wir irgendwie auf Philipp Kostic verzichten werden, auch wenn er selbst vielleicht gar nicht die Leistungen bringt, die er bringen kann. Also er ist ja jetzt auch nicht immer top auf dem Platz. Es ist jetzt nicht so, dass wir sagen können, oh, Philipp Kostic hat mal wieder irgendwie eine 10 von 10 Leistungen gespielt und die anderen waren alle trash. So ist es ja nicht. von daher auch er muss und darf kritisiert werden, aber ich glaube nicht, dass es hilft, auf ihn zu verzichten, weil es natürlich immer noch qualitativ vom Potenzial her einer oder sogar der beste Spieler am Kader ist. Okay. Gut, gehe ich mit. Also wie gesagt, wir können nicht genau ausdefinieren, wie es innerhalb des Teams ist, aber wenn wir die Dynamik jetzt so skizziert haben, wie Patricia das gesagt hat und dem dann Glauben schenken, dann würde ich ihn auch nicht rausnehmen. Ja, außer vielleicht mit dem Punkt, dass man halt dem Rest der Mannschaft dann diese Option, ich nehme den einfachsten Weg, dann halt nimmt und sie halt sich was anderes ausdenken müssen. Also du bringst sie halt mehr in die Situation, Selbstlösungen zu finden, anstatt jetzt auf die alte Lösung zurückzufallen und zu sagen, ich gebe dem Philipp den Ball und lass den rennen, weil wenn der nicht da ist, dann geht das nicht. So, das ist halt auch schmerzhaft, aber vielleicht an der einen oder anderen Stelle wäre das mal eine gute Variante, weil klar, ich bin da vollkommen bei Patricia zu sagen, wer weiß, wie lange der noch da ist und wir sollten uns lieber jetzt damit beschäftigen, ein System zu haben und eine Mannschaft zu haben, die ohne einen Philipp Kostic auch Spiele gewinnen kann, als es dann tun zu müssen, wenn er halt weg ist, aber augenscheinlich scheint es ja nicht zu funktionieren, diese Umstellung zu machen, wenn er auf dem Platz ist. Ja, also, ja, ich bin, wie gesagt, ich bin unschlüssig, ich finde beide Punkte komplett nachvollziehbar. Die Frage ist, wenn wir jetzt, wir reden ja gleich über die beiden Spiele, die jetzt anstehen, ob man das dann vielleicht mal testen könnte, vielleicht gibt es sogar ein Spiel, bei dem man das mal testen könnte, dann wäre das vielleicht sogar eine Option, wir können ja gleich weitergehen, ich weiß nicht, wie geht dein Plan, das renne ich, aber es ist halt natürlich die Situation, dass wir in der Offensive, dass wir, wenn wir uns den Sturm angucken, halt auch, jetzt halt einfach nicht die Spiele haben, die jetzt großartig hoch bespielt werden können, mit Bore, Lammes kam erst relativ spät rein, auch wieder unauffällig gewesen, Paciencia mittlerweile ja immer noch nicht leider fit und so, das ist ja auch ein bisschen schwierig, jetzt kommen, wie gesagt, die ganzen Verletzten dazu, es ist eine un-, ja, nicht optimale Situation und es ist eine schwierige Situation, die Frage ist halt, kriegt die Mannschaft diese Lösung auf dem Platz oder in sich heraus hin und da müssen sie uns noch zeigen, dass sie es hinbekommen. Ja, lass uns auch mal ein bisschen nach vorne gucken, bevor wir dann vielleicht gleich nochmal zu der Frage zurückkommen, was das denn jetzt dann auch für unseren Trainer bedeutet. Ja. Aber erstmal fangen wir mit den Spielen an. Donnerstagabend, 18.45, Auswärtsspiel in der Euroleague bei Pireus oder wie Patrizia sagen würde, Pireus. Es geht definitiv nochmal in diesem Spiel um den Gruppensieg oder Platz 1 in der Gruppe. Wir sind einen Punkt vor den Griechen und wie wir ja gelernt haben, hilft Platz 1 dafür, eine Entscheidungsrunde in der Euroleague zu überspringen und direkt auf loszugehen und 4.000 Euro einzukassieren oder ich glaube in diesem Fall sogar noch ein paar Nullen mehr hintendran. Also ein durchaus wichtiges Spiel an dieser Stelle und das in dieser Situation, wo wir vielleicht gerade nicht so mega gut drauf sind oder vielleicht hilft uns dann doch, dass das wieder ein komplett anderes Setting ist. Marvin, was ist denn so deine Einschätzung? Ist es gut, dass das jetzt Euroleague ist oder ist es schlecht, dass das jetzt Euroleague ist? Ich tue mir so schwer damit. Ich finde es gerade komplett unnötig. Das ist halt so traurig, denn normalerweise, dass ich sage, dass Euroleague gerade unnötig ist, ich wäre sehr gerne nicht in so einer Situation, weil eigentlich ist es wirklich ja total geil, dass du die Möglichkeit hast, jetzt wenn du gegen Pireaus gewinnst, dann hast du den Abstand auf vier Punkte ausgehoben, du bist dann zehn, Pireaus dann sechs. Ja, dann kann dir eigentlich nichts mehr passieren und dann bist du wirklich auf Platz eins in einer wirklich schwierigen Gruppe, weil Pireaus ist kein, das ist kein leichter Gegner, auch wenn wir die 3-1 geschlagen haben und auch zu Recht in einer der wirklich besten Saisonspiele. Fener Batte ist kein schlechter Gegner. Wir haben gemerkt, wie bissig Antwerpen ist. Das sind alles keine schlechten Gegner und da hat die Eintracht ihre Sonnenseite gezeigt. Aber es ist halt gerade so, dass ich überhaupt nicht mit dem Kopf dort bin, weil alles, und wir werden gleich über Glas nur sprechen, alles entzündet sich, alles Theoretische, was wir besprechen, entzündet sich am Ende an der Position, wie es gegen Fürth läuft. Und wenn gegen Fürth etwas problematisch läuft, dann ist es scheißegal, ob Pireaus 5-0 gewonnen wurde, weil wir halt sehen, dass gegen Fürth nicht gewonnen wurde beziehungsweise verloren wurde. Das ist halt genau diese Problematik und deswegen ist es gerade unnötig und man denkt dann eher, naja, super, jetzt willst aber niemand, das ist ja nicht, dass sich irgendjemand verletzt. Deswegen habe ich eben gerade das gesagt, vielleicht gäbe es gegen Pireaus ja die Möglichkeit zu sagen, wir machen das, was wir eben über Kostet gesagt haben, also dass wir ihn mal vielleicht rausnehmen und anderen die Möglichkeiten geben oder auch die anderen mit dieser Möglichkeit zwingen, das zu testen. Aber wir wissen halt nicht und wir haben ja durchaus mal schon ein paar Mal mitbekommen, wenn er mal nicht von Anfang an eingesetzt wurde, dass ein Philipp Kostet statt durchaus pikiert reagiert. Vielleicht ist das dann halt, vielleicht backfriert das und dann machst du dir halt auch keine Freude. Also das ist halt die Sprechkeit. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das könnte ein Problem sein. Also es ist ja nicht, dass du irgendwie bei FIFA jetzt deine Karte da vom Platz runter nimmst und jemand anderen aufstellst. Das ist ja, da steckt ja ein Mensch dahinter und man weiß auch nicht, wie der reagiert. Und ich weiß auch nicht mit, also wie soll man, ja, wie argumentiert man da als Trainer zu sagen, hey, du bist eigentlich unser, wir sagen das ja immer wieder, du bist unser Aushängeschild, du bist unser bester Spieler. Die ganzen Gegner konzentrieren sich nur auf dich und deswegen nehmen wir dich jetzt raus, weil irgendwie wissen die anderen nicht, du bist eigentlich zu gut für uns plus, ja, die anderen verlassen sich nur noch auf dich und deswegen nehmen wir dich runter und versuchen jetzt mal die anderen dazu zu bringen, was sie jetzt machen. Gucken wir mal, was sie ohne dich machen. Es ist halt irgendwie von der Argumentation her ein bisschen schwach, auch Kostic gegenüber, aber auch dem Team gegenüber. Ich glaube, Kostic hat ja bestimmt auch Leute, die ihm den Rücken stärken würden, die sagen würden, du kannst doch jetzt nicht, also was würde das für Glasner innerhalb der Mannschaft bedeuten, wenn er sagen würde, hey, ich lasse Kostic jetzt bewusst nicht spielen, einfach so, klar, man kann es jetzt begründen mit, der bringt auch nicht mehr die allerbesten Leistungen, aber wenn wir da anfangen, da müsste man einige Spieler auf die Bank setzen, die auch mittlerweile, ja, jedes Spiel machen. Ich glaube, das ist schwer zu vermitteln eigentlich. Also klar, ich verstehe den Ansatz dahinter, dass die Mannschaft auch irgendwie vielleicht einfach mal, ich wäre auch neugierig und würde gerne wissen, was tun die ohne Kostic, aber ich glaube nicht, dass das eine praktikable Lösung ist, ehrlich gesagt. Ja, das ist halt auch die Schwierigkeit dahinter, weil du es ja auch vollkommen richtig sagst. Na klar, das kann auch backfrieren, das kann nach hinten losgehen auf emotionale Ebene und auf der anderen Seite dürfen wir auch nicht vernachlässigen. Ich habe es eben schon angedeutet, es ist halt so, Piraeus ist trotzdem, das wird nochmal ein anderes Spiel, das wird nochmal ein anderes Spiel in Piraeus, die sind Tabellenerster in der Super League, die haben auch das letzte Spiel wieder 2-1 gewonnen, die fahren auch mit, also beziehungsweise die haben ihr Heimspiel gegen die Eintracht mit ordentlich Wut in der Brust, weil denen hat es nicht gepasst, dass die da abgeschossen wurden. Gut, 3-1 kann man, ja, und das ist halt auch das Ding. Und wenn du dich deiner Stärken auch ein bisschen beraubst, wie gesagt, wir haben es gerade gesagt, mit Kostic, dass du dann sagst, und wenn er jetzt angeschlagen wäre, dann hättest du eine einfache Lösung, weil dann könntest du sagen, wir brauchen dich auf jeden Fall gegen Fürth, wir lassen dich da raus, das ist für uns das weniger wichtige Spiel. Das wäre halt eine Möglichkeit, so könntest du es drehen. Alles andere wird halt schwierig und dann verlierst du gegen Piraeus 0-3, dann ist noch mehr Druck auf dem Kessel und dann fährst du gegen Fürth in das Duo-Dye-Spiel und dann, ja, und dann hast du dir noch mehr Druck aufgebaut. Also, willst du das? Saukriege-Situation. Mal von den finanziellen Thematiken, ganz abgesehen, wir befinden uns ja immer noch in einer Corona-Saison. Die Eintracht muss Einnahmen generieren, damit das, was wir ja seit längerem schon fordern, wie nämlich zum Beispiel in der Winterpause auch nochmal vielleicht auf der einen oder anderen Position einen Spieler nachzulegen, musst du natürlich auch finanzielle Mittel haben. Zuschauereinnahmen kann es jetzt auch nicht sein, weil wir ja auch gegen Leipzig gesehen haben, trotz der Möglichkeit einer vollen Hütte bleiben da ganz viele Plätze leer. Oh, lass uns das gleich mal besprechen. Da müssen wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Von daher ist es auf der einen Seite vielleicht für einen Weiterentwicklungsschritt eine gute Idee zu sagen, okay, wir gehen mit einem anderen Fokus in das Spiel, weil das wichtigere Spiel am Ende der Sonntag gegen Fürth ist, aber von einer finanziellen Sichtweise aus würde dir halt Platz 1 und damit ein notwendiger Sieg gegen die Griechen extrem viel helfen, um halt auch Kohle in die Kasse zu bekommen. Also das ist eine sehr heikle Entscheidung, in welche Richtung man da gehen will. Definitiv, ja. Also du hast gerade gesagt, also das sind genau die Punkte und das ist genau die Abwägung, die man treffen muss. Und da ist es halt genau das. Ich meine, wie gesagt, es wäre leichtfertig. Es wäre leichtfertig, einen Cross-Tage rauszusetzen. Ich wollte das trotzdem nochmal ins Gespräch bringen, weil das halt eine Option wäre, die Mannschaft mal anders vor Herausforderungen zu stellen. Vielleicht ist es aber so, dass sie dadurch noch mehr verunsichert würde und wir dann wirklich unser Blaues runterleben. Das muss der Trainer entscheiden. Die Frage ist sowieso, und wir haben ja gleich zwei Punkte, wir können jetzt eigentlich erstmal daran anschließen, ist es denn überhaupt so, dass ein Glasner jetzt überhaupt noch irgendwelche Experimente machen sollte oder sollte er an diese vielleicht wackeligen Aufstellungen gegen Leipzig, die aber zumindest einen Punkt geholt hat, vielleicht sollte er da jetzt mit Gedeihen und ja und Verderb da jetzt erstmal dran festhalten und immer versuchen daran weiterzugehen, weil wir haben ja letztens gesagt, dass wir glaube ich Stabilität jetzt brauchen und dass wir auch für die Mannschaft das vielleicht nicht schlecht ist, dass die sich an kleinen Erfolgen aufheben kann und hochheben kann und das ist ja durchaus zumindest vom Punkt her erstmal ein Ergebnis, mit dem man leben kann. Vielleicht ist es sogar sinnvoll, genau so weiterzuspielen. Ja, du musst halt irgendwie und ich glaube da ist es tatsächlich egal, in welcher Aufstellung, in welchem System, sondern du musst halt einfach diesen mentalen Schalter umlegen. Ich würde die Mannschaft da halt irgendwie einbeziehen und gucken, was dir da halt am Ende hilft. Dreierkette ist vermutlich das System, wo sich die meisten am sichersten fühlen, weil wir es halt jetzt über eine lange Zeit schon gemacht haben. Du hast halt immer noch auch das Problem, dass du halt keinen wirklichen Stürmer hast, wenn Patience ja nicht nicht fit ist. Ich würde wahrscheinlich relativ ähnlich bei unserer Aufstellung bleiben, die wir letzte Woche ja gemacht haben, mit der Variante einen Hauge da vorne reinzusetzen, weil auch, ich bleibe dabei, du tust einem Lammers halt keinen Gefallen, wenn du ihn da halt vorne reinwirfst und du musst den Kostic eigentlich auch wieder mehr auf seine Außenbahn, also wenn du ihn dann drin lässt, musst du ihn wieder mehr auf diese Außenschienenspieler-Position bringen, dass er den Raum hat und aus der Tiefe dann da anlaufen kann und er muss halt das Gefühl haben, dass er da vorne halt Leute hat, wo er halt einfach den Ball reinkloppt in dieser klassischen Kostic-Manier und dass da halt irgendwer, weiß ich nicht, Kopf, Fuß, Bein, Hintern, was auch immer, reinhält und wenn es halt am Ende irgend so ein dreckiges 2-1 ist oder 1-2 in dem Fall, aber du brauchst halt jetzt diese Erfolgserlebnisse, ohne in die Überschätzung zu kommen, also ich fand das schon, ich glaube Trapp war es, der nach dem Leipzig-Spiel gesagt hat, dass das ein gutes Spiel war oder dass sie eine gute Mannschaft waren. Die bessere Mannschaft. Oder die bessere Mannschaft sogar. War ja auch ein bisschen überschwänglich, aber ja. Du hast am Ende in der 94. Minute mit einem, ich meine das war ein exzellenter Kopfball von Tutor, da das Ding nach dem Aufsetzen zu treffen mit der Wucht, alles fein, da war mit Sicherheit aber auch 10% Glück mit dabei, das Ding an der Stelle so zu treffen, aber du kannst nicht, nach diesen 94 Minuten sagen, dass du die bessere Mannschaft warst, da hat man es dann auch nicht richtig verstanden. Ja, es ist richtig, andererseits hat er sich vielleicht auch einfach nur beschwingt gefühlt, dadurch, dass es 1-1 gefallen ist, dadurch, dass er eine persönlich gute Leistung hingelegt hat, ich weiß nicht, die Post-Match-Interviews, ich weiß nicht, ob man die immer so hochhängen sollte, ich fand, was wirklich viel relevanter war, war tatsächlich die Aussagen von Glasner und auch von Krösche, der sich mal wieder rausgetraut hat, mal wieder ein bisschen was gesagt hat, der für mich in der Gesamtbetrachtung des absoluten Kaders aktuell sowieso in einem viel kritischen Licht steht, als Glasner, dazu kommen wir ja gleich noch, aber wollte jetzt Patricia jetzt auch gar nicht in ihrer Meinung unterdrücken oder so, falls du noch was sagen wolltest. Nee, nicht wirklich viel, also wir waren ja eben noch bei der Aufstellung so ein bisschen und beim System, bei der Systemfrage, ja, ich hatte ja auch die letzten Wochen immer mal gesagt, vielleicht braucht es jetzt irgendwie so ein System oder eine Mannschaft, mit der man so, ja, immer reingeht, einfach um da Sicherheit zu geben, glaube aber mittlerweile habe ich den Gedanken auch verworfen, ich glaube irgendwie nicht, dass das so ausschlaggebend ist, vor allem nicht, das ist auch nicht wirklich praktikabel, wenn man bedenkt, man hat halt Donnerstag und Sonntag ein Spiel, man hat eine englische Woche, es wird Personalwechsel geben müssen, wahrscheinlich schon allein wegen Belastungssteuerung, plus es haben sich ja auch in den Wochen immer mal Leute verletzt, wie jetzt Pacencia, ich bin auch eigentlich dafür, dass man bei der Dreier- oder Fünferkette jetzt bleibt, weil ich glaube, dieses Viererketten-Ding ist dann nochmal eine andere Geschichte, aber ansonsten, wie man, ja, wer jetzt da genau spielt und ob man jetzt den Kamada immer setzt oder dafür einfach vielleicht ein anderer Zehner spielt, ich glaube, das ist nicht ausschlaggebend, das muss einfach, ja, Stimmen auf dem Platz im Kopf, ich, ja, man merkt es ja, ich bin selbst ratlos, ich habe keine Ahnung, wie man das, wie man das hinbekommen soll, bin aber überzeugt davon, dass es ohne Stürmer nicht klappt, also ich möchte eigentlich keine Aufstellung sehen, wo nur Boree vorne in der Spitze ist, der kein richtiger Stürmer ist sozusagen, ich will es jetzt nicht unterschlagen, klar ist er von der Position Herr Stürmer, ist nur halt kein Flankenabnehmer für Kostic und wenn man davon ausgeht, dass die Mannschaft in Notsituationen trotzdem weiterhin Kostic suchen wird und man das jetzt erstmal irgendwie nicht abstellen kann, dann finde ich, sollte man ihm zumindest irgendwie einen Abnehmer dahin stellen, dass das nicht komplett ins Leere läuft, weil wer weiß, vielleicht schlägt er die geniale Flanke und vielleicht kriegt das irgendein Stürmer gebacken, das ins Tor zu bringen, klar, Lammers sah nicht gut aus, Lammers war jetzt aber auch auf der Bank ein paar Spiele, weiß nicht, zwei, drei, ich weiß nicht, ob ich ihm vielleicht nochmal eine Chance geben würde, man hat es ja auch bei Tuta gesehen, der war ja auch irgendwie ganz raus und ist dann zurückgekommen und es war gut, ich glaube auch Lammers, ich finde, man sieht ja, dass er es eigentlich kann, hat man gegen Wolfsburg gesehen, hat man in der Euroleague gesehen, danach war es wieder schlechter, ich glaube, der braucht einfach Selbstvertrauen, dem Verspringen halt Bälle, man sieht einfach so, das sind so Dinge, wo du dich fragst, warum passiert das, du fragst dich als Spieler selbst, warum passiert mir das jetzt, ich kann es doch und du verzweifelst daran und ich habe das Gefühl, das ist bei ihm gerade so, die Körpersprache auch, wie oft er sich an den Kopf fasst und sich so ärgert über sich selbst, das ist einfach, glaube ich, ganz unglücklich gerade, aber vielleicht musste er einfach ein bisschen Selbstvertrauen sammeln und er oder halt Ache, Ache wurde ja auch mal reingeworfen und macht es jetzt auch nicht komplett schlecht, also es muss irgendjemand, der als Stärke, Kopfballstärke stehen hat, das hat Ache, Lammers ist 1,90 groß, ich würde ihm mal unterstellen, dass der es auch kann, irgendjemand muss dazu, einfach um diese Option zu haben, wenn Kostic halt aus Not irgendeine Flanke reinballern muss, dass da zumindest die Möglichkeit besteht, dass die jemand abnimmt und das geht halt ohne Stürmer überhaupt nicht, deswegen würde ich sehr, sehr gerne einen Stürmer sehen und wahrscheinlich ist es dann Lammers, weil ich das Gefühl hatte, dass Ache, warum auch immer, ich stehe da ja nicht so wirklich ganz dahinter, ich weiß es nicht, ich blick's nicht durch, ich bin nicht im Training dabei, aber ich hatte das Gefühl, der ist jetzt nicht Glasner, das erste Wahl immer. Was halt eigentlich auch schade ist. Ja, ich finde, die Idee zu sagen, man probiert es wieder mit Lammers, der ja wie gesagt auch einfach, ist ja auch quasi alternativlos, ich finde, wie gesagt, Hauge mal in die Offensive zu packen, also zumindest ein Sturm, es kann immer noch eine Option sein, wir haben das letzte Mal drüber gesprochen, aber vielleicht ist es gegen Pireus auch ein weiterer Versuch wert mit Lammers. Die Sache ist, wie gesagt, du hast kaum Optionen, du musst da mitgehen und du musst dir mal irgendwie das Selbstvertrauen geben. Warum nicht? Und im Zweifel kannst du Hauge dann immer noch mal reinpacken in der zweiten Halbzeit und auch das mal testen, was wir irgendwie mal hier angesprochen haben. Ich gehe damit gerne, auf jeden Fall, lasst uns das Offensiv genau so angehen von mir aus und dann schauen wir mal, was passiert. Wir haben eh nicht wirklich viele Möglichkeiten und das ist gut, dass wir immerhin mit Lammers dann das probieren, bevor wir am Ende noch eine Stürme haben, dem wir gar kein Vertrauen mehr gegeben haben, der dann sauer ist oder auch total frustriert und wir dann überlegen, ob wir dann irgendwie defensive Mittelfeldspiele in den Sturm stellen. Dann lassen wir einmal die Aufstellung komplett von hinten nach vorne machen. Wen sehen wir in der Abwehr? Also ich würde natürlich anfangen, wieder, das ist jetzt kein, no surprise Kevin Trapp logischerweise, ich würde auch wieder, ich würde tatsächlich wieder genau so stellen, ein Dika, Hinteregger, Tutor, ein Tutor, der sich das auch, wie gesagt, aufgrund seines Tores verdient hat. So und dann links würde ich erneut einen Turm stellen, ich würde, also ich würde genau die gleiche Aufstellung auch wählen, ich würde es so stellen. Würdest Kostic auch wieder weiter nach vorne positionieren? Ja, die einzige Frage ist, ich weiß noch nicht hundertprozentig, was machen wir mit Kostic? Im defensiven Mittelfeld. Wäre für Rode, wenn er fit ist. Also So ist alternativlos für mich an der Stelle und der Kerl wird wahrscheinlich einfach irgendwie 40 Spiele die Saison durchreißen, weil er halt keine Chance hat, der wird nicht rauskommen. Aber ich, ach, Rostic, auf dieser defensiven Sechserposition, nee, ist er immer noch nicht meine erste Wahl. Hat er viele Fehler gemacht wieder, ja. Ja, also finde ich, passt nicht, er war ja auch, Das war, was war das? Ach, dieser Ball, der dann so ganz knapp neben dem Pfosten gerollt ist, wo er dann auch den Zweikampf da auf der Außenbahn irgendwie verliert. Also, nee, ich finde, du brauchst halt auch jetzt irgendwie einen, der dann auch mal so ein bisschen diesen Spirit da dran hat, auch die Leute mal irgendwie ankackt, der mal so ein bisschen, Könntest du auch mal einen Ilseanger reinpacken, wenn du willst, dass jemand Leute ankackt. Könntest du vielleicht auch mal einen Ilseanger. Ja, ich hab mal, ja, warum nicht? Ja, natürlich, warum nicht? Aber Rode ist halt auch der Kapitän, also mein Gott, dann rein und dann, der hat alles Recht der Welt, da irgendwie die Leute auf dem Feld auch mal rund zu machen. Und wenn du halt einen haben willst, der ihn den Kopf abbeißt, dann stellst du den Ilseanger noch nebendran und dann ist gut. Ja, für mich ist Rode auch so ein bisschen wie so ein verlängerter Arm von Trapp, weil ich glaube, würde Trapp auf dem Feld stehen, wirklich, also auf dem, nicht im Tor, sondern weiter vorne, dann glaube ich auch, dass da noch mal ein paar andere Worte fallen würden, also nicht ausfallend oder so, sondern einfach, dass da ein bisschen mehr Feuer drin wäre, einfach, weil er der Typ dafür ist. Und ich glaube, Rode ist auch so jemand, man hat es ja auch gesehen, als er noch verletzt war, hat er auch Halbzeitpausen, Interviews gegeben. Man hat schon gemerkt, dass er angesäuert war, sagen wir mal so. Und ich glaube, der findet da auch schon die passenden Worte und hat aber auch so ein Standing in der Mannschaft mittlerweile, dass man ihn dann auch ernst nimmt. Also es ist nicht, dass man sagt, ja, okay, motz mich doch nicht so an, sondern ich glaube, das hat irgendwie, sein Wort hat schon Wert in der Mannschaft. Und deswegen würde ich auch, glaube ich, gern Rode sehen, einfach, weil der spielerisch natürlich ein sicherer Spieler ist, aber auch schon allein so von der Mentalität her, ich glaube, das kann helfen auf jeden Fall. Also Schaden tut es zumindest nicht. Okay, das heißt, wir kriegen bei Twitter gerade noch die freundliche Ergänzung, wobei wir natürlich alle darauf geachtet haben und es einfach nur ein theoretisches Spiel war, dass jemand wie Ache gar nicht spielen darf, weil er keine Nominierung hat. Also er ist nicht, hat keine Spielberechtigung. Ja, das stimmt. Da haben wir aber natürlich alle. Wir haben auch über Fürth geredet. Nein. Es war ein theoretisches Konstrukt. Das stimmt schon, ja. Okay, aber super. Also bleibt uns nur Lammas, dann Lammas. Das ist leider korrekt. Da braucht man nicht weiter rum zu Lammas-Tieren. Entschuldigung. Auf der 10, also hinter Lammas, Kostic und dann nebendran Boree oder Kamala? Wir haben ja die rechte Position noch nicht geklärt. Das ist korrekt. Wir haben gesagt Durm, wir haben gesagt Zoo und wir haben gesagt, wenn Rode führt, ist Rode. Ansonsten könnten wir das mal mit Ilshanker probieren. Ich finde das auch, wie gesagt, Ilshanker vielleicht auch einfach mal testen. Was machen wir denn mit der rechten Position? Die Tourie erneut nicht gut gewesen. Trotzdem weiter, immer weiter? Oder mit Barkok probieren? Der würde dann aber dementsprechend defensiv noch mehr Lücken reißen. Ja, an dem Punkt war ich auch, ich war auch schon am überlegen, ob das eine gute Variante ist, jetzt einfach auch Barkok da mal laufen zu lassen. Aber genau damit hätte ich jetzt auch das Thema. Du zwingst halt damit dann wieder einen Rode und einen Zoo halt hinten zu bleiben und du zwingst einen Tutor wieder sehr weiter nach außen zu gehen. Ich glaube, ich würde tatsächlich bei Touré bleiben. Ist auch irgendwie so ein bisschen doof. Wir haben vier, fünf Menschen, die prinzipiell da auf dieser rechten Außenflügelverteidiger whatever Position spielen könnten und keiner ist so richtig zufriedenstellend gerade. Ich glaube, ich würde auch Touré, also wir haben ja links jetzt schon Durm, oder? Ja, genau. Richtig, ja. Dann Touré einfach weil ich auch Barkok gegen Piraeus vor allen Dingen sehe ich das nicht. Das ist halt eine Mannschaft, die ist ja nicht schlecht. Also das ist eigentlich eine Champions League Mannschaft. Ich weiß nicht, ob man da einen Barkok auf eine Rechtsverteidigerposition stellen sollte. Ich würde das vielleicht sogar als Option gegen Fürth sehen, ohne jetzt irgendwie respektlos zu klingen oder so. Aber einfach, weil ich Fürth nicht so viel offensiv zutraue wie Piraeus, dass man da vielleicht sagt, okay, wenn da eine Lücke ist, vielleicht kann das ein Tutor auch noch irgendwie mit abdecken und dann passt das schon. Bei Piraeus mache ich mir da echt Sorgen, dass er irgendwie überrannt wird oder dass das nicht funktioniert. Deswegen würde ich da, glaube ich, schon jemanden, der auch in der Abwehr angelernt ist, hinstellen. Und dann, wenn Durm links steht, ist, glaube ich, Touré für mich die Option. Klar, wir haben noch Chandler und da Costa, aber ist da Costa nominiert überhaupt für die Euroleague? Frage ich mich jetzt gerade noch. Ich meine ja. Sind die alle nominiert? Ich weiß es nämlich gar nicht mehr. Aber ja. Also wenn ich das richtig im Kopf habe, haben Ache hat keine Spielberechtigung für die Euroleague. Und die Jungen halt Blanco nicht. Blanco und Junis nicht. Genau. Ah ja. Und Gaffier, aber der halt sowieso. Ja gut, der ist ja 16, wobei er dürfte theoretisch, aber nee, hat auch keine Spielberechtigung. Also das sind die, die nicht dürfen. Ansonsten müssten alle eine Spielberechtigung haben. Genau. Ja, deswegen, ich glaube, Touré wäre bei mir da wiedergesetzt, auch wenn das zuletzt auch nicht so gut war, aber was soll man machen? Ja. Ja, und dann, dann das Offensivdreieck. Also wenn wir Durm auf links haben und auf Kostac nicht verzichten wollen, dann muss er ja da vorne irgendwie rumwuseln. Also wäre ja dann erneut ein sehr offensives Aufstellen, ähnlich wie gegen Leipzig. Und dann wiederhole ich meine Frage, wer spielt dann in dieser Halbraum-10er-hängende-Spitze-Position neben einem Kostac wieder ein Kamada oder ein Bouré? Ich würde erst mal versuchen, auch wenn das weird wirkt, aber ich würde versuchen, Bouré ein bisschen zurückgezogener zu spielen, weil ich finde halt Büro, Büro, genau. Das Büro, ja. Genau, Büro. Bouré ist immer der Beste im Büro, muss man sagen. Also es ist auf jeden Fall derjenige, der halt regelmäßig abliefert. Also auch nicht keine geile Leistung immer, aber der ist halt ein krasser Kämpfer. Und ich will den da überhaupt nicht rausnehmen, gar nicht mehr in die Saison. Ja, ich will Bouré eigentlich auch nicht rausnehmen, wobei ich mir noch gedacht hatte, Euroleague Kamada funktioniert meistens irgendwie, warum auch immer. Euroleague ist so sein Ding, aber ich möchte Bouré einfach nicht rausnehmen. Also der hat eigentlich gute Leistungen gezeigt, auch wenn er vorne nicht trifft, aber alles andere stimmt bei ihm eigentlich. deswegen, ja. Und dann Lammers vorne drin. Also Kostetsch, Lammers, Bouré als die teuflischen drei da vorne. Ja, solange sich Kostetsch oft genug dann wirklich nach ganz links fallen lässt, um die Flanken zu schlagen, weil sonst, also Kostetsch ist ja eh niemand, der jetzt irgendwie extrem in die Mitte zieht, deswegen glaube ich, wird es schon funktionieren, aber ja. Gehe ich mit. Würde ich wahrscheinlich so sagen, ja. Probieren wir es doch mal so. Na gut. Super. Dann haben wir das. Ich war gerade eben kurzfristig überlegen, ob wir einfach das System komplett verwirren und einfach komplett ohne ohne Stürmer spielen und ob wir einfach Kostetsch, Kamada und Bouré. Einfach komplett, wenn wir sowieso schon ohne Stürmer spielen, dann bitte richtig. Ja, ja. Ja, ich sehe schon, Begeisterung ist vorhanden. Ne, lass mal, lass mal, lass mal, lass mal wieder anders probieren, okay? Komm, man jo. Aber gut, dann haben wir doch eine Aufstellung. Dann haben wir definitiv eine Aufstellung, ja. Und da stellt sich halt die Frage, ist das die Aufstellung, die Glas Glasner den Arsch retten kann? Weil momentan ist, ich meine, wir können ja mal die letzten Tage uns immer ein bisschen angucken und wir sehen, was komplett krass war eigentlich, finde ich schon, dass der Sturm eigentlich der Entrüstung, dass Glasner schon sehr kritisch beäugt wurde, auch also von vielen unterschiedlichen Journalisten, die schon gemeint haben, na, jetzt könnte seine Zeit gekommen sein, auch viele, die eher so im loyaleren Umfeld waren, haben sich sehr kritisch geäußert. Wie seht ihr denn das? Würdet ihr das genauso bewerten? Also ich meine, bei mir, ich sage mal ganz kurz, wie es bei mir ist, bei mir ist es tatsächlich eigentlich so, ich versuche dem so viel Zeit zu geben wie möglich, weil ich das Gefühl habe, dass es ein guter Trainer ist, dass es ein sympathischer Kerl ist, dass der was vorhat, was plant, aber halt nichts und das muss man ihm mal angreifen, halt aktuell sau wenig davon, was er gedacht hat, umsetzen kann und das ist eine Kulmination von mehreren Dingen, da geht es ja, geht ja eigentlich über diese Saison hinaus, wo Dinge schon schlecht gelaufen sind, das ganze Ende der Saison war ja sehr desillusionierend, das geht ja nicht nur, das hat ja nicht in dieser Saison angefangen und er hat auch ein bisschen mit den Altlasten zu arbeiten und kommt halt auch zu seinem Offensivkonzept halt nicht so ran. Also natürlich hat er das auch für mich zu verantworten, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich will den halt einfach nicht gehen lassen und ich will auch nicht, dass er alleine die ganze Schuld trägt dafür. Also ich bin da komplett bei dir, also ich halte nach wie vor auch Klaasner für einen extrem guten Trainer, ich meine, er hat immerhin ja gezeigt, was er kann und man muss halt auch noch bedenken, er ist halt auch in der ersten Saison, wie du auch so richtig gesagt hast, er hat vielleicht auch nicht die Spieler, die er tatsächlich hätte haben wollen und die Frage, die er dann auch immer mitschwingt, ist, wenn ich A sein lasse, was ist denn dann B? Weil irgendeine Alternative braucht es ja und welche Trainer sind denn auf dem Markt, die dann da eventuell in Frage kommen, die dann einen Klaasner beerben könnten? Und ich glaube, da ist die Auswahl jetzt auch nicht so groß. Also, Konte ist ja jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, seit heute bei Tottenham, der wird es schon mal nicht. Naja, das war jetzt gerade dran vorbei. Leider. Und dann haben wir nachher da irgendwie einen Sitzen wie, weiß ich nicht, Jürgen Klinsmann. Also, ich weiß nicht, ist das jetzt wirklich die Alternative, die du dann da haben willst? Oder ein Korkut, der ist, glaube ich, auch vertragslos und was macht überhaupt Armin Fee? Aber, nee, also, wenn wir diese Umstellung wollen, dann müssen wir da jetzt auch durch. Wir müssen ja auch bedenken, viele Spieler sind erst ganz, erst zum Schluss der Transferpause gekommen, weil man sich da vielleicht auch ein bisschen vertan hat. dann waren halt auch wieder verschiedene Länderspielpausen. Jetzt kommt ja auch wieder eine Länderspielpause. Also, wenn wir diesen Systemumbruch und diese Umstellung haben wollen und glauben, dass der Trainer das prinzipiell kann, dann müssen wir ihm auch die Zeit geben. Ja, sehe ich ähnlich. Also, ich bin auch noch dagegen, ihn zu entlassen. Man muss sich halt fragen, wie viel Schuld hat der Trainer an all dem? Und ich denke schon, dass er eine Teilschuld haben muss. Also, es ist ja irgendwie sein Job, die Mannschaft einzustellen. Und scheinbar funktioniert da irgendwas nicht, wenn alle Leistungsträger nicht an ihr Leistungsniveau kommen, wenn da irgendwie schlechte Stimmung ist. Keiner hat Selbstvertrauen. Das ist ja eigentlich sein Job, das zu fixen. Man weiß aber auch nicht, wie viel, ja, noch Nebenschauspielplätze sind. Nebenschauplätze. Nebenschauplätze. Wie viel, was da alles ist. Ich glaube auch nicht, dass es so hundertprozentig Glasners Schuld ist. Ich glaube, da kommt viel zusammen. Das ist, glaube ich, ein komplett komplexes Gebilde, das da gerade ist bei der Eintracht insgesamt. Man darf ja nicht vergessen, auf wie vielen Positionen da auch Wechsel stattgefunden haben im Sommer. Plus, wie schon angerissen wurde, in der letzten Saison lief es hinten raus auch nicht mehr so gut. Und das hat alles da schon begonnen. Deswegen, ich würde ihm gerne noch Zeit geben, vor allem, weil ich auch denke, dass es ein guter Trainer ist. Natürlich muss der Trainer zum Verein passen. Natürlich muss der Trainer von der Mannschaft angenommen werden. Das kann der beste Trainer der Welt sein. Wenn er nicht angenommen wird in der Mannschaft, dann funktioniert es nicht. Erlebe ihn aber auch so, wie man ihn halt als Zuschauer erlebt, als relativ offenen, authentischen Typen. Und das gefällt mir. Also er spricht ja die Probleme an und er erklärt sich jedes Mal. Also das hatte man zum Beispiel zuletzt bei Hütter gar nicht mehr. Da hat er alles abgeblockt. Und bei Glasneis ist es, der benennt die Probleme. Er erklärt ja auch, was er vorhat und will irgendwie offenlegen, was der Plan ist, warum der aktuell irgendwie noch nicht so aufgeht und dass es Zeit braucht. Und ich finde seine Ideen auch gut und seine Visionen. Nur muss er das natürlich irgendwie auf den Platz bringen. Und das Problem ist halt, je brenzliger es wird, desto schneller kommt dieser Reflex, das auf den Trainer zu wälzen, weil das aber auch die einfachste Lösung ist. Also was willst du tun? Das Einfachste, was du machen kannst, ist zu sagen, okay, dann die Trainerposition wechseln, weil alles andere irgendwie mehr Aufwand ist oder überhaupt gar nicht möglich ist. Von daher, klar, neuer Impuls auf der Trainerbank. Aber da bin ich bei René. Wen soll man da denn? Also ich sehe aktuell niemanden, der der Eintracht mittel- und langfristig helfen kann. Natürlich kann so ein Feuerwehrmann irgendwie die Moral hochbringen in der Mannschaft und die Jungs irgendwie einstimmen, dass die wieder ein eingeschworenes Team sind und dann geht das für ein paar Spiele. Da wird sich die Mannschaft aber langfristig nicht entwickeln und dann sind wir wieder bei dem Fußball, den wir ja eigentlich vielleicht loswerden wollten oder bei der Abhängigkeit von Kostic. Ja, ich finde es schwierig. Der aber ja auch nicht geht, weil wir ja trotzdem immer noch keinen absolut gefährlichen Stoßstürmer da drin haben. Ja, eben. Genau, aber ihr habt ja sehr, sehr viele Problempunkte gerade skizziert. Also ich glaube, dass eine Teilschuld bei Glasner da ist, ist unbestritten, weil er eine Idee hat, die kann er nicht in letzter Konsequenz umsetzen. Da fehlt das Spielermaterial. Er hat viele Wechsel gemacht, die aber auch zum großen Teil nicht so gezündet haben. Es gibt ja immer wieder Momente, deswegen habe ich das eben auch gerade in der Spielanalyse schon versucht, ein bisschen zu skizzieren, dass ja nicht alles schlecht ist und ein paar Sachen auch gut funktioniert haben. Ein paar Wechsel beispielsweise auch gut funktioniert haben. Dass er in der Regel auch jetzt jemand ist, der auch durchaus mal früher wechselt. Das ist ja alles. Also es ist ja okay. Und auch gleichzeitig die Art und Weise, jemanden, den wir mit Hütte hatten, der alles wegnegiert hat, der immer auch eher bissig war und überhaupt nichts irgendwie wissen wollte, wenn es um Kritik ging. Gerade zum Saisonhinde übrigens, da hätte man durchaus mal ein bisschen offener auch sein können, auch Dinge ansprechen können. Das hätte vielleicht sogar geholfen. Glasner ist genau das Gegenteil. Weil er versucht auch glaubwürdig, ernsthaft, ehrlich, in der klaren Kommunikation eigentlich festzustellen, was gerade nicht läuft. Er versucht es zu erklären und eigentlich müsste man auch genau so eine, so einen Mut der Offenheit halt auch belohnen. Und man müsste eigentlich sagen, das ist doch jemand, der Charakter nicht super zu Eintrat passt. Und genau das ist es. Und ja, ihr habt vollkommen recht. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, ja, wenn, wir wissen aber, dass alles scheißegal ist, dass alles nur Makulatur ist, weil, wenn der Druck so groß wird, wenn du, wenn du gegen Fürth verlierst, dann wird der Druck so groß, das du dich echt kaum halten kannst. Und trotzdem sage ich, für mich ist trotzdem Glasner eigentlich die beste Option, jetzt irgendwie durchwürsteln bis zum Winter und dann nochmal neu aufstellen. Dann auch wirklich überlegen, mit welchen Spielern macht es auch vielleicht jetzt schon keinen Sinn mehr zu arbeiten. Der Kader ist ja relativ groß. Der ist ja durchaus einigermaßen aufgebläht. Wen kriege ich vielleicht im Winter noch los? Da muss auch Grösche schon noch bessere Arbeit leisten. Der muss jetzt, Grösche muss jetzt eigentlich nicht mehr schlafen. Das ist jetzt Mitte November, Anfang November. Der muss jetzt eigentlich nicht mehr schlafen. Der muss wohl mindestens ein bis zwei Stürmer in die engere Auswahl ziehen, die wird dann verpflichtet werden und muss gleichzeitig sehen, dass auch ein paar Leute gehen. Und der ist jetzt wirklich gefragt, weil natürlich ist er derjenige, der dann einen Trainer vielleicht entlassen kann und kann halt sagen, okay, ich nehme dann die Option mit einem anderen Trainer, weil es gibt tatsächlich ganz wenige, habt ihr ja gerade illustriert, es würde vielleicht jemanden wie Bruno Labbadia geben, der zumindest ein Gewirrgefühl in einer Mannschaft einämpfen kann, dass die ein paar Spiele gut performt, aber die Spielidee, diese Weiterentwicklung, die gibt es halt nicht. Und internationale Trainer bekommst du bei der Eintracht auch nicht mehr. Und dann hast du aber halt auch das Thema und das hatten, ich glaube, das ist, war das beim Heimspiel oder bei Fußballspieler 1000? Da hatte ich das auch schon gehört. Ich weiß es gerade nicht mehr. Dann setzt du jetzt Klaasner voll die Tür, weil du sagst, der Druck ist zu groß, es ging jetzt, machen wir mal das Horror-Szenario an die Wand, es gingen jetzt beide Spiele verloren, der Druck ist groß, du musst Klaasner freisetzen. Dann holst du einen Interimstrainer, der dieses Wir-Gefühl schaffen kann, diese Motivation schaffen kann für den Rest der Saison. Auf dessen Spielsystem, was der dann hat, kaufst du dann im schlimmsten Falle Spiele ein und dann überlegst du dir aber in der neuen Phase, dass du jetzt ja trotzdem wieder an diesem Umbruch arbeiten willst und holst dann einen Trainer, der muss dann wieder mit dem, was die anderen zwei vorher nicht so ganz fertig gemacht haben mit dem Spielermaterial, was dann da sitzt, irgendwie weiterarbeiten. Also es wird ja nicht besser in der Theorie. Nee. Nee, es gibt ja genug warnende Beispiele. Also wie oft, es gibt Vereine, die entlassen alle halbe Jahre ihren Trainer. Wir wissen alle, wie es ausgegangen ist. Liebe Grüße an den HSV, das ist nicht so gut gegangen. Und das liegt halt auch daran, dass du einem Trainer nicht die Zeit gibst. Du kannst in so kurzer Zeit überhaupt gar nichts etablieren, außer du hast Glück. Ich glaube, das war bei Fußball 2000, dass Basti gesagt hat, natürlich kann das gut gehen. Natürlich holst du dann vielleicht einen neuen Trainer, der gewinnt dann die ersten zwei Spiele. Die Mannschaft hat Selbstvertrauen und irgendwie läuft das Ding und dann hast du Glück gehabt, aber du kannst genauso auch Pech haben damit. Und ich weiß nicht, ob es das Risiko wert ist, vor allem nicht in der Phase aktuell. Klar, es brennt, aber man muss auch sehen, auf Platz 12 sind jetzt drei Punkte. Platz 12 ist für mich sicheres Mittelfeld. Ja. Das sind drei Punkte, die man mit einem Sieg holt. Ja. Und sagen wir, man holt noch einen zweiten Sieg hinterher. Dann hast du schon wieder sechs Punkte. Dann sieht die Welt auch vielleicht wieder anders aus. Die Liga ist nicht besonders stark. Viele Mannschaften schwanken gerade in ihren Leistungen. Es gibt einige Überraschungen, Freiburg zum Beispiel, aber dann gibt es irgendwie Mannschaften wie Leipzig, die strugglen auch noch, sich zu finden. Die sind natürlich nicht jetzt die Konkurrenz der Eintracht, aber man sieht, es gibt viele Mannschaften, die aktuell Probleme haben. Stuttgart zum Beispiel auch. Die kommen auch nicht so gut rein. Die haben viel Corona gehabt. Das kann ja schnell passieren. Wer weiß, was bei anderen Mannschaften noch passiert über die Saison. Wer weiß, ob sich die Eintracht fängt. Und deswegen ist es mir aktuell noch zu früh zu sagen, wir müssen da jetzt so dringend handeln und den Trainer vor die Tür setzen, weil das für mich ein großes Risiko ist. Und ich glaube immer noch an Glasner. Das kann falsch sein. Ich kann mich getäuscht haben und dann irgendwie am Ende der Saison sagen, ja, ihr hattet recht, jetzt schon zu sagen, Glasner muss raus. Das kann passieren. Aber für mich ist das aktuell zu früh, um da einen Feuerwehrmann zu installieren. Ich würde, wie Marvin schon gesagt hat, Glasner gern auf jeden Fall noch bis zum Winter geben, um zu gucken, ob man nachjustieren kann, im Kader auch. Und ob sich dadurch vielleicht sogar schon irgendwie was bessert. Und dann nochmal schauen, wie es dann läuft. Und wenn es bis dahin immer noch nicht besser ist, dann muss natürlich irgendwas gemacht werden. Aber das steht halt noch in den Sternen. Das Schöne ist, wenn du dich mit deinem Vertrauen in Glasner vertan hast, dann haben Marvin und ich uns auch vertan, weil wir sind ja in der gleichen Richtung unterwegs. So bin ich alleine. Nee, definitiv nicht. Also ich finde es aber gut, weil ich finde es auch wichtig, dass wir jetzt ein bisschen, vielleicht ein bisschen gegen den Strom, der jetzt kommt, weil ich lese es schon bei Social Media, da geht schon viel, geht schon die Antiglasner Richtung, weil das immer der erste Reflex ist. Aber da waren doch auch schon Leute, die noch vor dem ersten Spieltag schon geschrieben haben, dass der eigentlich gehen muss. Ja, und die Sache ist, ich kann das verstehen, das ist so, jeder, der irgendwie mal ein bisschen Fußball guckt hat, weiß, wie es geht und lässt sich durch populäre Fußballwissenschaftliche, man könnte auch einfach populistische Aussagen dann leicht treiben, weil es ist halt auch so ein bisschen ein Sport, der dann irgendwo an der Theke auch besprochen wird. Ja, er muss jetzt weg, jetzt geht es nicht anders. Aber lasst uns versuchen, das irgendwie zu überstehen. Und ich bleibe dabei, irgendwie, es ist ein bisschen Prinzip Hoffnung, aber die Mannschaft hat ja in sich eine Qualität. Und wenn wir das gegen Fürth gewinnen, dann hoffe ich, dass wir vielleicht auch zu einer anderen Bissigkeit zurückkehren. Wir müssen, vielleicht ist es jetzt nicht das spielerische Element, was uns gerade hilft, aber vielleicht müssen wir den Gegnern mal richtig, mal wieder scheiße sein zu den Gegnern. Ich habe das Gefühl, dass wir zu wenig scheiße sind zu den Gegnern. Dass wir die zu oft nochmal ein bisschen einladen, dass wir zu weich sind. Und wir müssten, keine Ahnung, bald ist das Spiel gegen Freiburg. Ich glaube, du spielst jetzt erst gegen Fürth, dann hast du noch ein bisschen Pause und dann ist Freiburg. So, dann machen wir halt Streich versus Abraham 2.0. Also einfach mal wieder, weißt du, so ein bisschen Biss reinbringen, mal wieder irgendwie jeden Punkt fighten und auch mal ein bisschen, einfach mal wieder gallig sein. Du hast nämlich lauter Arschloch-Spiele danach. Dann hast du Union, ja, die ganzen Unioner, die sind jetzt gerade auf dem Höhenflug, das läuft geil, ich freue mich, dass sie in der Conference League durchstarten und so weiter und so fort. Aber das kannst du auch mal ein bisschen emotional aufladen. Da sind lauter Dinger dabei und ich glaube, diesen Weg musst du dann bestreiten und dann führst du übrigens auch zum nächsten Punkt, der dann auch vielleicht wieder mehr Leute ins Stadion bringt, weil es ist ja so, du hast es ja vorhin richtig gesagt, aktuell ist es so, dass du mit 31.000 Zuschauern in einem potenziell vollen Rund halt echt, ich sag mal, nicht das Allergeilste erzielt hast. Und ich weiß, das ist für viele Leute auch immer noch eine ungewohnte Situation. Wir haben sogar 5.000 Leute, die geimpft und genesen, nicht nur geimpft und genesen sind, sondern auch getestet sein können, um dann reinkommen. Also das ist ja auch echt nicht ganz wenig und trotzdem funktioniert es nicht. Aus verschiedenen Gründen. Die einen sind die Ultras und haben keinen Bock, vollkommen legitim. Die anderen gehen auch wegen den Ultras und der Stimmung gerne ins Stadion und fühlen sich davon nicht abgeholt. Alles legitim. Aber es ist halt, es kommt gerade so viel zusammen, dass du, also ich habe das Spiel bei Sky Go verfolgt und habe das Gefühl gehabt, ja, da ist immer ein bisschen was da und dann wird auch mal gesungen. Ich nehme das jetzt mittlerweile auf, wie es kommt. Das ist alles in Ordnung. Aber es fehlen halt auch da diese 5 Prozent, die in diesem Spiel noch mehr Geilheit verleihen und vielleicht kommen aber noch mehr Leute ins Stadion, wenn sie sehen, dass die Mannschaft wieder Woche für Woche alles rausreißt, sich komplett, sich komplett irgendwie aufgibt, sich wirklich auch, keine Ahnung, vielleicht auch mit ein paar überbordenden Aktionen mal wieder ein bisschen für ein Feuer sorgt. Wir wissen, das ist übrigens gerade der 10. Spieltag, das ist immer so eine Scheiße. Zeit, 10., 9., 8., 12. Spieltag, das ist gerade immer saure Gurkensaison, das wird am Ende des Jahres wieder anders, ja. Aber genau da müssen wir jetzt durch, mit einem anderen Fighting Spirit. Und wenn wir den hinbekommen und wenn wir den vielleicht auch jetzt schon zeitnah auf dem Platz bekommen, dann wird das was mit den Punkten. Dann hast du am Ende der Hinrunde, der Winterpause, hast du 20 Punkte, das ist nicht geil, aber du hast ein bisschen was erarbeitet und gehst dann nochmal in die Revision und überlegst, wie justiere ich mich und dann wirst du am Ende vielleicht wirklich froh sein, dass du ein Glas nach festgehalten hast. Das ist mein Fest der Wille und ich hoffe, dass das so läuft. Ja, finde ich gut. Jetzt hast du das Fan-Thema gerade eben schon wieder angesprochen, bevor wir dabei hinkommen, hätte ich jetzt gerne nochmal einen Tipp von euch. Ich habe eine Überleitung gemacht. Entschuldigung, aber ich würde das eine Thema mit Theorios gerne abschließen und die Frage nach einem Ergebnis-Tipp stellen. Lieber Marvin, was tippst du dir? Mir reicht das. 4-0 für die Eintracht. Uff. Also du meinst jetzt gegen Fürth oder was? Nee, Piraeus erst. Ach so, naja, Piraeus, Piraeus. Piraeus wird ein 2-2. 2-2. Und gegen Fürth sagst du ein 4-0. Auf jeden Fall. Gutes 2-2 gegen Piraeus. Interessantes Spiel. Wir haben mal wieder ein bisschen Offensivaktion gehabt. Zwei dumme Gegentore gefangen, aber im Grunde haben wir uns alle auf die Schulter geklopft und waren jetzt relativ optimistisch und irgendwie ist ein Rück durch die Mannschaft gegangen. Dadurch, dass wir zwei Tore aus dem Spiel heraus geschossen haben und der eine oder andere ein bisschen Vertrauen in sich getankt hat. Lammers hat mindestens ein Tor gegen Piraeus geschossen und das erschwingt uns, beschwingt uns, nach Fürth zu gehen und zu sagen, okay, jetzt wird die Saison richtig angefangen. Dementsprechend 4-0 für die Frankfurter Eintracht gegen Fürth. Danke. Patricia, teilst du diesen Euphorismus und was ist dein Ergebnis, sowohl für Piraeus als auch Fürth? Bitte. Piraeus gehe ich auch mit einem Unentschieden, aber ein 1-1. lange nicht mehr gesehen. Und gegen Fürth will ich jetzt auch optimistisch sein, aber nicht ganz so optimistisch wie Marvin, aber optimistisch, deswegen 3-0 für die Eintracht. Wobei, zu 0, ja doch, zu 0. Kevin Trapp hat es auch mal verdient, zu 0 zu spielen. Okay. Ich glaube tatsächlich, dass in der Euro-Liga ein Sieg drin ist, auch wenn es knapp ist. Es wird ein 0-1, weil es ja auswärts, führt auch optimistisch, aber mit einem Gegentor, die Eintracht gewinnt leider nur 3-1. Aber immerhin, naja. Können wir mit leben, glaube ich, gerade so. Gerade so. Und dann jetzt noch mal auf dieses Thema der Zuschauerzahlen. Wir hatten die Option, gegen Leipzig die Hütte voll zu machen. Wir hatten sogar dieses 2G plus, 3G minus, keine Ahnung, wie da die korrekte Bezeichnung ist, mit eben von Marvin angesprochen 5.000 Getesteten, die dort teilnehmen können. Und trotzdem nur 31.000 Zuschauer. Und was ich so verstanden habe von den Menschen, die vor Ort im Stadion waren, war auch nicht wirklich viel Lautstärke da zu hören. Also es muss wohl auch verhältnismäßig recht ruhig gewesen sein. Das lässt sich ja am heimischen Fernsehgerät immer so ein bisschen schwierig, auch in der Nachschau tatsächlich jetzt raushören, ob das jetzt laut oder leiser ist. Liegt es jetzt einzig und allein daran, was du gerade angesprochen hast, Marvin, dass die Ultras nicht gehen und damit dann auch Leute nicht mitgehen oder liegt es an den hohen Zuschauerpreis, also Ticketpreisen, die wir hier auch schon besprochen haben oder ist es das, was wir eingangs von Matthias hatten, dass die Leute halt einfach keinen Bock mehr auf Profifußball haben nach den Entwicklungen in den zwei Jahren. Wie würdest du das sehen, Marvin? Am Ende ist es sogar beides. Also ich finde, du hast ja nur richtige Gründe angesprochen. Also es ist auf der einen Seite, also die Ticketpreise sind nicht niedrig, das muss man sagen, wenn du deine Standardtickets hast durch die Dauerkarte, dann geht es einigermaßen, aber ansonsten zahlst du auch mal 70 Euro für einen Platz und dann bekommst du ein Spiel geliefert, wo du halt sagen musst, okay, ist das wirklich so viel Geld wert, wenn du nicht allein hingehst, sondern mit einer Familie, bist du sehr schnell sehr viel Geld los und das muss man sich halt auch überlegen. In Corona-Zeiten haben wir Inflation, da geht viel Geld auch für anderes flöten, wir wissen gerade, dass die Energiepreise wieder sehr angezogen sind, also das muss man sich genau überlegen und das ist halt eine gesamte Rechnung und gleichzeitig zu einem Spiel zu gehen, bei dem man halt nicht ganz so viel in der letzten Zeit schon bei der Eintracht gesehen hat und dann auch nicht die größten Erwartungen hat, dann kann ich das schon nachvollziehen. Klar ist Fußball grundsätzlich, also ehrlich gesagt würde ich sagen, dass Fußball gerade sich selbst ein bisschen durchspielt. Ich habe das Gefühl, dass wir gerade den Höhepunkt verlassen haben von Fußball generell. Corona trägt massiv dazu bei, dass das Interesse bei einigen Leuten komplett erlischt. Wir haben ja immer wieder darüber gesprochen, diese komplette Selbstperversion des Fußballs, der immer sich selbst füttert, der jetzt noch öfter Spiele machen will. Wir haben jetzt gerade zuletzt gehört, dass es starke Überlegungen gibt, die Fußball-Weltmeisterschaft auf alle zwei Jahre schon zu überlagern. Da stelle ich mir die Frage, seid ihr denn komplett bescheuert? Das ist eine dumme, dumme, beschissene Idee. Das ist eine Frechheit von einer Idee, aber genau diese grafgierigen Herrschaftsinstrumente beim Fußball, die haben halt natürlich noch Hochkonjunktur und das sorgt dafür, dass einige keinen Bock mehr haben. Das sind ganz, ganz viele Sachen und ich kann es niemandem verdenken. Ich glaube, dass, wie gesagt, Corona spielt dann immer noch so ein bisschen so eine Teilrolle und dann bist du halt in vielen anderen Stadien, auch nicht nur bei der Eintracht und hast es plötzlich nicht ausverkauft. Und dann, weil das halt so ein Riesenrund ist und dann macht sich das bemerkbar. Ich freue mich ehrlich gesagt über jeden, der da ist, der ein bisschen Stimmung macht, ist alles in Ordnung, bringt auch nichts, wenn wir sowas auch Woche für Woche kritisieren. Es gibt natürlich immer die, ah, hier, lass mich mal Fraktion oder hier, ich mache es, ja, ist halt so, klar. Aber da sollen andere drüber richten. Ich bin froh, wenn überhaupt ein bisschen was passiert und so, weil ich glaube, die Stimmung ist einer der ganz maßgeblichen Punkte, die die Eintracht auch als USP überhaupt für sich benennen kann. Aber das findet halt alles gerade nicht statt. Und ich glaube, die Gründe sind halt vielfältig, aber wir haben sie, glaube ich, so diskutiert. Vielleicht fällt der Patrizio noch was ein. Ja, ich glaube, du hast das eigentlich ganz gut zusammengefasst. Zusätzlich darf man ja auch nicht vergessen, der Gegner, also Leipzig ist jetzt auch nicht der attraktivste Gegner gewesen, hat sich auch schon, Gegner wie Leipzig, Wolfsburg, Hoffenheim, die haben sich auch, sagen wir immer in den letzten Saisons, aber vor allem vor der sehr erfolgreichen Zeit der Eintracht einfach nicht gut verkauft. Also das kommt auch noch dazu, glaube ich. Ich glaube, das ist einfach so eine komplette Gemengelage gerade. Das sind so viele Gründe, die jeder Einzelne hat oder auch nicht hat, ins Stadion zu gehen. Ja, ist schwierig. Also ich erinnere mich noch dran, gegen Wolfsburg hat man eigentlich immer easy Karten bekommen, noch am Spieltag, bis auf, ich glaube, die eine Saison, wo wirklich richtig Hype war. Da war es irgendwie auch schon Wochen vorher ausverkauft. Ansonsten, ja, das spielt dann halt auch mit rein. Es ist jetzt nicht besonders attraktiv, wenn Leipzig der Gegner ist. Plus die Leistungen der Eintracht regen jetzt auch nicht wirklich dazu an. Also ich spreche jetzt nicht von mir. Ich habe schon, ja, Spiele gesehen im Stadion, wo man sich denkt, was war das? Aber es gibt ja auch viele Leute, die gehen dann vielleicht nur hin, wenn sie sich auch irgendwie davon was, ja, irgendwie eine Unterhaltung erwarten. Und das ist ja auch okay. Jeder geht aus seinen Gründen ins Stadion. Und es gibt vor allem in den letzten Jahren gab es, glaube ich, auch viele Leute, die einfach aufgrund des begeisternden Fußballs und der begeisternden Stimmung auch im Stadion bei der Eintracht den Besuch in Erwägung gezogen haben. Und für die fällt das nun mal weg. Also der Fußball fällt weg plus die Stimmung auch. Also ich glaube, wie Marvin schon gesagt hat, da hängt auch viel dran. Wenn die Ultras nicht gehen, fällt auch ein großer, ja, Teil des Stadionerlebnisses weg, was vielleicht für viele aber ein auschlaggebender Punkt war, hinzugehen. Inklusive der sportlichen Leistungen. Und das ist halt, also wenn beides zusammen wegbricht, ist es, glaube ich, auch schwer aufzufangen. Also dann erklärt sich vielleicht schon, warum dann 5.000, 10.000 Leute wegbleiben und gegen Leipzig dann vielleicht 20.000. Das kann passieren. Und das ist genau der Punkt, weil ich meine, wir haben unterschiedliche Sozialisationsmomente gehabt mit der Eintracht. So, wenn ich es langsam sage, dann funktioniert es. Ich habe schon eine Tablette genommen, weil mein Arm doch jetzt wieder einigermaßen schmerzt, aber das kriegen wir alles hin. Und auf der einen Seite ist das natürlich so, dass ich beispielsweise mit der Eintracht sozialisiert wurde in einer Zeit, in der es richtig schlecht lief. Das war gerade das Jahr, bevor wir abgestiegen sind und dann, als wir dann abgestiegen sind und dann das Jahr danach, als wir in der zweiten Liga waren, das waren eigentlich so die, das war so genau die Zeiten, in der ich dann regelmäßig jedes Spiel in den Stadion gegangen bin. Ich habe angefangen mit einer Niederlage gegen Freiburg, ich glaube es 95 gesehen und dann ging es eigentlich straight downhill. Also ich habe eigentlich nicht die erfolgreiche Zeit gesehen und war aber natürlich gecatcht von dem, was auf den Rängen passiert und dass man irgendwie trotzdem ein Gefühl hatte. Und das ist irgendwie was Besonderes ist. Andere, die früher sozialisiert wurden, die haben beispielsweise sogar vor den Ultras einen tollen Fußball beispielsweise gesehen und wurden mit gutem Fußball bei der Eintracht sozialisiert. Für mich ist es in Ordnung, dass ich keinen guten Fußball sehe, solange halt für mich dann dieses Gefühl einer geilen Stimmung, einer gewissen Uniqueness da ist und ich immer zumindest mit der Lunge rausschreie, das ist ja auch manchmal gut, dass man den ganzen Frust, den man sonst so hat, vielleicht auch mal dann einfach mal so durch lautes Singen und so weiter und sofort rausschreien kann und dann ist alles gut. Und das fehlt halt momentan halt auch. Das sind so viele Mikroaspekte, die alle gerade noch nicht hundertprozentig wieder da sind und das führt halt dazu, dass der eine oder andere dann halt nicht mehr in dieser Form in regelmäßigen Stadion geht. Und wie gesagt, ich glaube, dass der große Hype der Eintracht sich dem Ende gerade befindet. Ich glaube, wir haben noch die Chance, das rumzureißen. Ich glaube, wir haben die Chance, das rumzureißen, wenn wir eine akzeptable Restrückrunde spielen mit einer potenziell guten Rest-Hinrunde, mit einer potenziell guten Rückrunde, dann können wir das auffangen. Mal sehen, wie weit wir dann im Europacup kommen, dann reden wir da nicht mehr drüber, weil dann könnte es trotzdem noch eine super Saison werden. Aber je weiter wir unten uns in der Tabelle positionieren und je mehr Schnellschüsse wir machen, Schnellschüsse würde auch bedeuten, ein Glasner zu entlassen, desto mehr, sondern sortieren wir uns dann wieder im Mittelfeld der Tabelle ein und das wird dann immer trister und dann ist der Hype auch der Eintracht nach den Jahren der Büffelhärte, nach einem wunderbaren Silver mit Kostic und so weiter und so fort, dann ist dann relativ viel wieder vorbei und ich glaube, die Eintracht muss ganz genau überlegen, wie sie den Hype spielerisch irgendwie wieder kreiert und dann auf der anderen Seite müssen wir halt sehen, dass die Fans vielleicht doch wieder ins Stadion gehen, um wieder 100% Eintracht zu sein. Momentan sind wir 40%. Ja. Ja, ich glaube, das ist eine sehr gute Zusammenfassung dieses Themas mit den Zuschauern. Marvin hat es gerade eben gesagt, ihm tut der Arm wieder ein bisschen weh, von daher biegen wir mal so ein Stück weit auf die Ziel gerade ein. Steffen, ich weiß, dass du uns eine Hörerfrage geschickt hast und die beantworten wir auch liebend gerne, allerdings erst in der nächsten Woche, wenn wir dann auch keinen Ausblick machen, weil Länderspielpause, wo wir uns alle schon wieder riesig drauf freuen. Ein Traum. Ein Traum. Dann beantworten wir deine Hörerfrage. Also wir haben sie nicht vergessen, sondern wir schieben sie nur einfach mutwillig um eine Woche nach hinten. Könnten wir ja tatsächlich dann nochmal drüber nachdenken, ob wir das Thema U23, was jetzt zuletzt wieder aufkam, vor ein paar, ich glaube vor irgendwie einer Woche oder so, hatte ich dann auch schon gehört, dass irgendwie es da weitergehende Bestrebungen gibt. Jetzt hat der Benni Heinrich, glaube ich, das letztens auch, bei Twitter habe ich es, glaube ich, auch gelesen, dass er das irgendwie erwähnt hat, dass die Eintracht da momentan dran ist. Vielleicht wissen wir in einer Woche noch mehr und können uns dann ein bisschen intensiver damit beschäftigen, denn auch da, ich will ja sagen, die Eintracht ist zumindest an gewissen Themen dran, die jahrelang diskutiert wurden. Also vielleicht gibt es da sogar noch mehr Informationen. Vielleicht auch das. Aber was wir auf jeden Fall haben, und das sage ich jetzt hier einfach, ohne dass wir ein Jingle einspielen, haben eine Empfehlung von dem lieben Tim bekommen. Wir haben auch noch diese gleiche Empfehlung auch von verschiedenen anderen noch bekommen. Der Tim war aber der Erste, der sie geschickt hat, deswegen ist er hier namentlich erwähnt. Und zwar gibt es in der ARD Mediathek eine Doku über Fußballfans im Lockdown. Und die Reporterin, die in dieser Doku sich mit dem Thema auseinandersetzt, besucht Adler & Friends, die in der Zeit des Lockdowns für Obdachlose gekocht haben und begleitet die quasi, wenn sie am Anfang noch sagen so, ja, das ist hier irgendwie Dings und die Spiele finden irgendwie statt und man glaubt so in drei Monaten ist das Thema wieder durch. Das stößt einem so ein bisschen komisch auf in dem Moment, aber ich finde es eine sehr gut gemachte Doku geht über 30 Minuten, werden verschiedenste Themen behandelt und auch da kommt dieses Thema das, ja, der Entfremdung mit dem Fußball zur Sprache. Also ich fand es sehr gut gemacht, sind knappe 30 Minuten und von daher eine sehr gute Empfehlung, weil es sich eben auch mit der Eintracht beschäftigt. Habt ihr noch was Empfehlungstechnisches? Ja, tatsächlich, ich meine, ich hatte ja vor ein paar Wochen schon mal die Rap-Doku im HR empfohlen, das war ja richtig gut und bin jetzt momentan wieder so ein bisschen im Doku-Genre abgestiegen, dadurch, dass ich ein bisschen viel Zeit habe. Ted Lasso habe ich ja letztes Mal auch schon empfohlen, weil das ist eine gute Serie, jetzt auch schon weitergeschaut und in Sachen Doku kann ich auch gerade Rap- oder Hip-Hop-Doku, weil ich bin da ja eine relative Novize und lass mir da viel erklären und fand die WeWear The Crown-Doku auf Arte, also Arte, vielleicht auch bei YouTube, aber definitiv bei Arte.tv, auch ziemlich, ziemlich cool, also wer irgendwie ein Interesse hat oder vielleicht auch ein rudimentäres, um sich einfach mal ein bisschen rein zu arbeiten in das, was irgendwie Rap- oder Hip-Hop ist, wo die deutschen Anfänger vielleicht waren, man sieht viele peinliche Ausschnitte, gerade in der Anfangszeit, wo sich Deutsche, unter anderem Thomas Gottschalk daran versucht haben, also es hat auch durchaus einen humoristischen Aspekt, kann ich empfehlen. Okay, klingt auf jeden Fall spannend. Ich schicke es dir gleich, dann kannst du es reinladen. Genau, sehr gut. Ich sehe schon, Marvin ist die nächsten Wochen hier der Empfehlungslieferant. Ja, auf jeden Fall. Ja. Solange ich nicht arbeiten darf. So, also ich habe... Wir können das Spiel ja auch ein bisschen rumdrehen, liebe Hörerinnen und Hörer, wie ihr ja mitbekommen habt, der liebe Marvin muss irgendwie tagsüber Zeit totschlagen und ist ein absoluter Doku-Junkie. Also wenn ihr Empfehlungen für exzellente Dokus habt, schreibt es in die Kommentare, schickt es dem Marvin, der wird das dann entsprechend bewerten und vielleicht kommt es dann hier wieder zurück mit einer kleinen Ergänzung unseres Dokufachmannes. Dokufachmannes. So wird da ein Schuh draus. Patricia, hast du noch was? Also ich weiß, dass Marvin auch ein Softdrink-Junkie ist. Das wissen wir alle. Und ich habe eine Fanta-Sorte, die ich empfehlen kann, falls das jemanden interessiert. Oh geil, auf jeden Fall. Nein, hau raus, jetzt bin ich gespannt. Also es gibt so importierte Fanta scheinbar in einigen Rebemärkten und es gibt Strawberry Kiwi Fanta. Okay. Und die schmeckt sehr, sehr gut. Also Erdbeer Kiwi. Ja, ja, ich weiß schon, was da bei mir. Ja, weiß man ja nicht. Bitte? Die ist wohl aus Dänemark importiert, soweit ich das hier auf der Flasche sehen kann. Und die steht in diesen, meistens wenn man dann zur Kasse geht, sind auch die gekühlten Getränke. Ja, korrekt. Und die gibt es in so 330 Milliliter Dosen. Und die schmeckt sehr gut. Und ich weiß, dass es die auf jeden Fall in dem Rewe bei der Fachhochschule, wie heißen die jetzt, University of Appliance Sciences oder so. Keine Ahnung, wie man die jetzt mittlerweile nennt. Auf jeden Fall Fachhochschule Frankfurt. Bei dem Rewe gibt es die, bei der Tankstelle da. Also nicht in der Tankstelle, sondern im Rewe. Und die schmeckt sehr gut und kann ich empfehlen. Aber kauf die bitte nicht alle weg, weil ich brauche die auch. Geil. Okay, auf jeden Fall. Wird auf jeden Fall konsumiert. Lieber Herr Rewe, wenn ihr jetzt gehört habt, dass wir Werbung für euch machen, dann wir könnten da bestimmt das eine oder andere Angebot noch rein. Könnten wir doch klar machen. Ja, Fanta auch. Fanta soll das mal ins deutsche Sortiment übernehmen, weil das ist kostspielig ein bisschen. Also, weil das halt so importierte Ware ist, ist die nicht so günstig wie andere Fantas. Und vor allen Dingen ist das halt so eine kleine Dose. Und man kriegt halt große Flaschen günstiger als diese kleine Dose. Deswegen bringt es doch in Deutschland auf den Markt. Ich wäre sehr dankbar. So, Leute. Sie ist aber auch, wenn ich das richtig sehe, bei einigen Märkten im Rewe-Liefer-Service. Haben wir schon wieder Werbung für Rewe gemacht. Ah ja, okay. So, Rewe. Wie sieht es aus? Du hast gemeint, bei der Frankfurt School of Finance da, ne? Genau. So heißt sie, genau. Aber ernsthaft, Erdbeer und Kiwi in der Kombination? Klingt schon geil. Ich hätte schon Bock. Das ist richtig geil. Also, mir schmeckt es sehr gut. Du magst Kiwi nicht so gern? Ich mag Kiwi nicht so gern. Bitte was? Gut, wir müssen diesen Podcast jetzt auch beenden. So. Entschuldigung, ich mag halt Kiwi nicht so gern. Aber Erdbeer-Pakke ist ja gerne. Na gut. Das ist schon mal ein Anfang. Das ist schon mal ein Anfang, ne? Also Strawberry ist gut. Mhm. Man könnte danach dann auch das Wort Margarita ergänzen. Dann wird es richtig gut. Aber gut, das führt zu weit. Also. Aber jetzt habe ich auch Bock auf Alkohol. Na super. Ja, aber du hast gerade eine Tablette genommen. Das geht ja. Nee. Guck dir lieber noch eine Doku an. Ich gucke mir eine Doku an. Okay. Gut. Dann haben wir in dieser Sendung alles untergebracht. Wir haben über die Zukunft des Cheftrainers gesprochen. Wir haben über ein glückliches 1 zu 1 und die Folgen daraus gegen Leipzig gesprochen. Wir haben auf die kommenden Spiele geschaut. Wir haben ein bisschen Empfehlungen für euch, sowohl zum Anschauen als auch zum Trinken. Und entlassen euch damit in den Rest der Woche. Wir wünschen euch einen, falls ihr Auswärts fahrt, wie der ein oder andere vielleicht, eine wunderschöne Auswärtsfahrt. Geile Zeit. Genießt es gut. Genau. Schön. Kommt mit Punkten zurück. Und wir melden uns dann in der nächsten Woche wieder, wenn wir hoffentlich sowohl gegen Pyrrhus als auch gegen Fürth geile Spiele gesehen haben. Wir haben Punkte mitgenommen haben und hier über die ersten großen Erfolgserlebnisse diese Saison sprechen können. Dieser naive Optimismus ist so gut. Ja, aber es hilft ein wenig. Bis dahin, macht's gut. Hückel und Hückel und Hückel und Hückel und Hückel. Bis zum nächsten Mal.